Willkommen bei den Kack-und-Sach-Geschichten. Unsere heutige Analyse führt uns endlich mal wieder in den Harry-Potter-Kosmos. Gemeinsam mit Potterhead und Internet-Legende Cold Mirror sprechen wir über das Leben und Sterben in der Zauberschule Hogwarts. Hand aufs Herz, auch du hast schon mal davon geträumt, hier zu büffeln. Doch hinter den Toren der alten Burg entbrennt für die Schüler ein knallharter Überlebenskampf. Wir sprechen über die Institution Hogwarts selbst, über die vielen Todesarten, die dich hier ereilen können und geben ein paar nützliche Tipps zum Überleben. Mal schauen, ob du durchkommst. Viel Glück und viel Spaß, hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei den Kack-und-Sach-Geschichten. Euer Podcast für, naja, leicht bis schwer überdurchschnittlich detaillierte Analysen der Popkultur. Mein Name ist Fred und ich begrüße mit mir den lieben Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und außerdem den Richard. Hola, moin und grüß dich wohl. Und wir sind heute tatsächlich das erste Mal jetzt seit Wochen wieder remote zugeschaltet. Also wir sind nicht im Kack-und-Sach-Studio persönlich sitzend, sondern wir sind über ein Videokonferenz-Tool miteinander verbunden. Nicht, weil wir im zweiten Lockdown sind, sondern weil wir einen ganz speziellen Gast heute begrüßen, der über das Internet zu uns geschaltet ist. Es ist jemand, deren Stimme ganz, ganz viele unserer Hörer kennen. Es macht auch gar keinen Sinn, jetzt geheimnisvoll anzutiesen, weil im Folgentitel habt ihr ja schon gelesen, wer das ist. Ja, sie ist ein Internetphänomen. Sie ist berühmt, so kann man sagen. Katrin Fricke, also known as Cold Mirror. Hallo. Hallo. Ja, hui. Wir dürfen dich doch Kalli nennen, oder? Ja, sehr gerne. Ignorieren Sie die Krankenwagen- und Feuerwehrgeräusche im Hintergrund. Das ist ganz normal. Von wo aus bist du uns zugeschaltet? Aus dem Norden Deutschlands, aus einem geheimen Ort. Aha. Ich habe mich in einem Loch im Boden vergraben, wo mich keiner findet. Bielefeld liegt aber nicht im Norden. Sag mal du, Kaddi, ich würde dich unseren Hörern vielleicht ganz kurz vorstellen, wenn irgendwas nicht stimmt. Dann grätsch bitte rein. Okay. Du hast Kunstwissenschaft und Philosophie studiert. Das ist korrekt. Das weiß ich aus dem Cold-Mirror-Viki. Ja, das gibt es. Und du bist im Prinzip damit bekannt geworden, ganz früh, schon vor über zehn Jahren, dass du so, naja, so Harry-Potter-Szenen auf alberne Art und Weise nachsynchronisiert hast, ne? Das ist richtig. Ich habe kleine Fun-Synchros-Fan-Synchros gemacht. Ja. Und zwar vom ersten, vom zweiten und der Hälfte des vierten Films. Okay. Ja. Und dann keinen Bock mehr gehabt, oder was? Die verrückte Katrin. Nein, dann ging das YouTube-Content-Filter-System los und dann ging das nicht mehr. Dankeschön, Warner Bros. Ey, dein Kanal wurde 2008 komplett gesperrt wegen der Scheiße, ne? Genau. Aber auch nur für zwei Wochen. Und dann wurde es wieder reaktiviert. Ich glaube sogar von echten Menschen, die dann beide Augen zugedrückt haben und meinten, ja, also die Synchros, die solltest du dann vielleicht mal löschen, was ich dann gemacht habe. Aber ich war halt total verwundert, weil mir ein echter Mensch geschrieben hat. So mit Namen. Also noch nicht in Algo. Algoritmus oder so. Oder die sind deutlich advanced, als wir dachten. Ja. Kadi, das bedeutet, dass das, wofür du bekannt geworden bist, im Prinzip nicht mehr existiert? Es existiert schon, nur nicht mehr auf meinem Kanal. Es gibt einige treue, mutige Seelen da draußen, die das immer noch irgendwie auf YouTube und sonst wo hochladen. Also es ist noch zu finden, aber halt nicht mehr auf meinem Kanal, weil ich möchte nicht, dass der nochmal gesperrt wird. Du hast mittlerweile über 1,3 Millionen Abonnenten auf deinem YouTube-Channel. Du bist auch bekannt durch deinen 5-Minuten-Harry-Podcast, wo du die Harry-Potter-Filme so durchsprichst. In jeder Podcast-Folge sprichst du über 5 Minuten des Films. Das machst du jetzt mittlerweile seit 10 Jahren, ne? Äh, nee, seit 4 Jahren. Also der Podcast, den habe ich begonnen, 2016 war es, glaube ich, wo ich arbeitslos war. Ich hatte wirklich gar nichts zu tun und das war dann so einfach ein kleines Fun-Projekt aus Langeweile. Und ja, das ist jetzt schon wieder meine Arbeit geworden. Willkommen in unserer Welt. Ja, genau so starten Podcasts. Ja, genau so, genau so fing Kack-und-Sach-Geschichten auch an. Lass mal was Geiles starten, wir sind arbeitslos. Ohne Kack-und-Sach-Geschichten gehen genauso los. Ich war Freiberufler und hatte eine Auftragsflaut. Und da dachte ich mir halt, na gut, was soll's. Ja, same. Und dann kommen Leute und sagen, das ist richtig gut. Und dann kommen Leute wie Funk und sagen, ja, wenn du willst, dann bezahlen wir dir das auch. Mach das mal regelmäßiger, du faules Stück. Bevor wir ins Thema rein starten, Kat, ich soll dir noch was ausrichten. Und zwar von meiner Schwägerin, der Franzi. Die ist Riesenfan von dir. Und die fragt dich, ob du denn den Harry-Podcast auch irgendwann nochmal beenden wirst. Ja, im Jahre 2080, ne. Also ich habe vor, zumindest den ersten Film durchzumachen. Das ist so, ich muss es tun, ich muss es beenden. Ob es da mit den weiteren Filmen auch klappt, das kann ich nicht versprechen. Vielleicht bin ich dann auch schon komplett ausgeburnt und habe gar keine Lust mehr. Aber ich versuche es jetzt regelmäßiger zu machen. Aber es wird halt immer mehr, ne. Also die erste Folge war irgendwie 18 Minuten lang. Und jetzt mittlerweile ist es also eine Stunde jede Podcast-Folge. Und dann halt nur fünf Minuten des Films. Ja. Also das sind jetzt sehr viele Stunden Material schon. Wäre doch aber total geil, wenn du das weitermachst, bist du halt irgendwann im hohen Alter sehr stark dementkrank bist. Und eigentlich jede Folge immer wieder neu aufnimmst. Ja. Das ist so gemein wie lustig. Hauptsache es macht mir Spaß, ne. Ja, genau. Was habe ich gerade gesagt? Ach ja, ob es mir Spaß macht. Hey, das ist eben therapeutisch total wertvoll. Ja, Kaddi und die Demenz-Dementoren, das war super. Aber Kaddi, also nicht, dass du es in diesem Universum nötig hättest, bei einem vergleichsweise kleinen Projekt wie uns Werbung zu machen. Aber wie können dich denn Hörer, die die Stimme jetzt schon geil finden und dich vielleicht überraschenderweise nicht gekannt haben, wie können die dich denn finden? Was ist denn so dein Hauptkanal YouTube weiterhin? Genau, auf YouTube heiße ich Coldmirror und ich glaube, der Podcast, der heißt 5 Minuten Harry Podcast, ist zu finden auf iTunes, auf Spotify und auch auf Mixcloud. Wow. Gut, Leute. Wir sprechen über das Harry Potter-Universum. Wir hatten ja schon zwei Folgen, wo wir über das Zaubereiministerium gesprochen haben und über Voldemort und hatten noch eine, wo wir allgemein über das Phänomen Harry Potter gesprochen haben. Heute sprechen wir über die Schule Hogwarts und ihre Gefahren. Erste Frage direkt mal an unseren Gast, an dich, Kaddi. Würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, freiwillig auf diese Schule gehen? Ich glaube nicht, weil ich nie wieder in meinem Leben zu einer Schule möchte. Das ist ja das Geile am Erwachsensein, dass man nicht mehr irgendwie Mathe-Tests oder sowas schreiben muss und es war schon in der Uni so schlimm. Also das ist so ein Privileg, was man hat und das möchte ich nicht mehr aufgeben. Ich möchte nie wieder irgendwo Tests abgeben müssen. Deshalb, ich würde vielleicht so als Elternteil mal vorbeikommen oder vielleicht auch als Aushilfslehrer oder so. Aber Schüler sein in Hogwarts? Nee, ich möchte immer das wo Schüler sein. Aber nur, weil du generell das Schülersein dann halt ablehnst. Genau, selbst an der Zaubererschule möchte ich nicht Schüler sein. Ja, aber so der obligatorische Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste so für ein Jahr mal übernehmen, wäre doch geil. Ja, oder halt irgendwie Wildhüter oder so. Einfach in so einer Schrotthütte im Wald wohnen und irgendwie den Kindern beibringen, wie sie Tiere füttern. Das ist jetzt nicht so exorbitant schwer. Oder ein neues Fach einführen, sich da bewerben als Verteidiger gegen die bescheuerten Künste oder so. Richard, würdest du dich bei Hogwarts einschreiben lassen? Als Schüler? Ja. Also wenn ich ein Schuljahr überlebe, dann, also ich würde, ich würde, ich hätte gerne, ich würde so ein Testobjekt einschreiben lassen, gucken, ob der das erste Jahr übersteht, weil da sterben ja auch Kinder in dieser Schule. Und dann würde ich gucken, ob ich anhand meiner fundierten Daten wirklich sagen kann, ja, den hätte ich gepackt. Tobi, gut, aber streng genommen, also schon, ja, würde ich machen. Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht so Angst, da zu sterben, weil ich glaube, in den Büchern sterben, abgesehen von der großen Endschlacht, die ja nicht mehr zum Unterricht gehört, steht da einer. Morgen große Prüfung. Ja, also in sieben Jahren ein Toter jetzt ohne die Schlacht, finde ich schon okay, so für eine Schule. Also ich glaube, es gibt Schule in Berlin, da ist es deutlich schlimmer. Gut, die Verletzungsgefahr, die Miss Pompfrey, also die Krankenschwester scheint ja ganz nett zu sein. Es gibt da Schlimmeres, glaube ich. Also ich hätte da schon Bock drauf. Ich bin mir da nicht sicher, ne? Also das muss ich noch vorweg sagen, der Tobi war ja selber an dem Internat, da sprechen wir noch drüber und ist Harry Potter Nerd, hat die Nummer auch schon ein paar Mal durchgelesen. Richard, du hast die Romane auch gelesen, ne? Ja, vorlesen, lassen, gelesen, wie nennst du mal gelesen? Also ich, hier Fred, der Moderator, ich bin tatsächlich bekennender Muggel, also ich habe die Filme mehrmals gesehen und finde die toll, aber ich bin heute derjenige, der aus einer eher unwissenden Perspektive, ich sag mal, die Fragen stellt. Wollen wir, Kadhi, mal fragen. Fred, wir haben das Alien ja jetzt komplett vernachlässigt. Sehr gut, lasst uns das doch mal, lasst uns das doch heute mal unseren Gast machen. Kadhi, wir haben ein kleines Ritual im Podcast, dass wir uns vorstellen, ein Alien würde auf die Erde kommen und wir müssten ihm das Objekt unserer Analyse erklären. Kadhi, stell dir vor, ein Alien kommt auf diesen Planeten und du müsstest ihm in ein paar kurzen, klaren Worten erklären, was ist Hogwarts? Hogwarts ist ein Gebäude aus Steinformationen, wo wir unsere Jünglinge hinschicken, aber auch nur die Jünglinge, die mit besonderen Fähigkeiten auf die Welt gekommen sind. Also Blinde? Ganz genau. Zauberer, magisch begabte Menschen. Ja, wie erklärt man Magie? Das kann man ja schon nicht mit normalen Menschenworten erklären. Außergewöhnlichen Fähigkeiten, ja. Die eigentlich gar nicht Menschenfähigkeiten sind. Und die Naturgesetze verletzen. Richtig. Ja. Das war eine super Erklärung, weil das ist halt so super. Ja, was ist Hogwarts? Erstmal ist Hogwarts reingesehen, ein Steingebäude. Ein ziemlich großes. Ja. Heißt das Schloss auch Hogwarts? Heißt das Schloss Hogwarts? Ja. Oder heißt die Schule so? Sowohl als auch, denke ich, das Gebäude wie auch ... Oh, das ist eine Frage. Aber du hast es ja relativ häufig, dass die eigentlichen Schlösser anders heißen als dieses ganze Areal, dieses ganze Gesamtkonstrukt. Also offiziell heißt es ja die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. So ist der Schulname. Und das Gebäude heißt wahrscheinlich Schloss Hogwarts. Ja. Im englischen Original Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Wow. Und Hogwarts gilt als eine der bedeutendsten Zauberschulen der Welt, liegt irgendwo in Schottland, so genau kann das wohl keiner sagen. Natürlich bei Hogsmeade. Und ... Verzeihung. Hogsmeade ist die Region da, ne? Ne, das ist so ein kleines Dorf in der Nähe. Das ist so ein Dorf in der Nähe. Ach so, ja. Ja. Das Kaff daneben. Ja. Und ja, ihr habt es schon gesagt, magisch begabte Schülerinnen und Schüler werden hier ausgebildet und auf ihr späteres Leben als Zauberer oder Hexen vorbereitet. Ja. Das Motto der Schule, finde ich mega skurril, lautet Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Auf Deutsch übersetzt, kitzle nie einen schlafenden Drachen. Was ist das denn für ein Scheißmotto? Ja, der Grund war, dass J.K. Rowling irgendwie sich verschiedene Schulmottos angeguckt haben, die dann irgendwie hießen wie Greif nach den Sternen. Und das fand sie so blöd, dass sie irgendwas Lustiges nehmen wollte. Aber um jetzt in der Welt zu bleiben, ich glaube, Draco Dormiens Nunquam Titilandus ist auch ein merkwürdiger Satz, weil auf Latein, auf Deutsch übersetzt wäre es, ein schlafender Drache ist niemals ein zu kitzeln derer. Was auch total dämlich ist. Finde ich aber schöner. Das klingt irgendwie mehr nach so einem alten Motto. Weiß jemand was über den Praktischen ausgedrückt? Gibt es einen praktischen Hintergrund? Gab es mal einen Vorfall? Wisst ihr da was? In Hogwarts selber? Keine Ahnung. Ich hätte als Schulmotto irgendwas Praktisches genommen. So der Zauberstab gehört in die Hand, nicht in den Popo oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist ja ein praktisches Motto. Deswegen bist du kein Schulleiter. Außerdem sollte man wirklich keine schlafenden Drachen kitzeln, obwohl ich glaube, die merken das. Die merken das nicht mehr, Alter. Das ist so wie wenn ich dich im Schlafkitzel, Alter. Aber wenn so ein riesen Drachen kitzelt, dann merken die das. Und dann rasten die aus, zerlegen halb Schottland. Und deswegen haben die das da draufgeschrieben, weil das da vorgekommen ist, weil es da Riesen gab. Genau, weil Riesen dafür bekannt sind, dass sie gerne Schabernack mit schlafenden Drachen treiben. Dankeschön, Domi. Das wissen wir nicht. Heute kann man davon ausgehen, dass sie es nicht mehr machen. Aber Hogwarts wurde vor knapp 1000 Jahren gegründet. Wer weiß, wie das vor knapp 1000 Jahren aussah. Aber meine Frage war jetzt, euch ist nichts aus dem Potter-Kosmos bekannt, das dieses Motto begründet, oder? Nö. Nö. Nö, überhaupt nicht. Das ist so was, das war glaube ich einfach so. Das Schloss heißt übrigens, das Schloss heißt übrigens Alnwick Castle. Also in echt. Alnwick wird es ausgesprochen. Ich finde, darauf einigen wir uns. Weil ich meine, es ist in Schottland, es ist dieses Schloss. Ich finde, dann heißt das auch in der realen Welt so. Wir können nicht beweisen, dass es nicht die Schule ist. Wie hast du es richtig ausgesprochen? Alnwick Castle. Ich mache mich verrückt, die Engländer. Das wird Alnwick. Aber es ist gar nicht ein Schottland-Sieg gerade. Also für den Podcast habe ich da auch einige Sachen nachgeschaut. Wie heißen denn so die Drehorte von den Schlössern? Es sind ja mehrere Schlösser auch. Also da wurde ja Frankenstein-mäßig alles irgendwie zusammengesetzt. Aber es wird allen Wick geschrieben, aber Alnwick ausgesprochen. Naja, außer die Shots, die man halt sieht, diese schönen Kranaufnahmen, wenn sie irgendwie einen Turm hochfahren mal oder irgend sowas. Das ist ja ein riesiges Modell, was sie ja immer nur abgefilmt haben, vor dem ich mal stand. Das ist wirklich gigantisch. Das ist ziemlich geiles Ding. Es ist wunderschön, ja. Ja. Und es ist hammermäßig geil beleuchtet in dieser Studio-Tour in London. Ey, es ist mega schick. Mhm. Ich meine, doch schon zweimal. Einmal irgendwie im Sommer und dann im Winter. Und im Winter schmeißen sie dann auch noch Fake-Schnee drauf auf dieses Gebäude. Und es ist so schön. Und ich habe eins ins Auge gekriegt und es hat gebrannt. Jetzt habe ich die Schmerzen. Ja, wir hatten in einer unserer vorherigen Potter-Podcast-Folgen, ja auch schon darüber gesprochen, dass sich so der Look and Feel, wie man sagt, von Hogwarts im Laufe der Filme verändert hat. Am Anfang wirkte das noch alles total romantisch und leicht kindlich und märchenschlossartig. Und im Verlauf der Filme wurde das dann immer zu so einem fiesen, wirklich auch schottisch-nordisch aussehenden, fast schon Gruselschloss. Also das wurde richtig hart und brutal, auch in der Optik später. Mhm. Wir haben auch viel mit Farben gearbeitet. Die ersten beiden Filme sind noch so ein bisschen Bonbon-Farben, goldend. Und ab dem dritten Teil ist alles so ein bisschen cyan, so bläulich eingefärbt. Jetzt wird es düster. Und jetzt sind sie schon jugendlich und gar nicht mehr kleine, süße Babys. Jetzt geht es um die Wurst. Ich fand nur mal geil, dass die Hütte von Hagrid... Bei Tierwesen ist das Gefühl fast schwarz-weiß. Das ist da so entsättigt. Also da ist... Das ist echt krass. Ich fand nur mal geil, dass Hagrids Hütte sich noch immer wieder einen anderen Platz hatte und die im Buch die peitschende Weide, im Film die knüppelnde Weide, ja auch immer wieder einen anderen Platz kriegt. Geil. Ja, Hogwarts hat als Einzugsgebiet Großbritannien und Irland, das ist eine nicht kleine Region, es existieren auf der Welt weitere Zauberschulen und kennen tue ich jetzt persönlich aus den Filmen nur einmal die französische Schule, die Beaubaton Akademie in Südfrankreich, von der ich gelesen habe, dass das gar keine reine Mädchenschule ist, sondern dass man diesen Eindruck nur im Film bekommt und es gibt auch noch das Durmstrang-Institut in Nordosteuropa. Ja, und mindestens eins in Amerika. Also eben aus... Das wissen wir aus den Tierwesen-Filmen. Ilver Murray oder so? Ja, irgendwie sowas. Aber viel mehr kennen wir da nicht. Aber man weiß zum Beispiel auch aus den Büchern, also jetzt im vierten kommt das vor, dass man ja das Durmstrang zum Beispiel, dass der Ort von Durmstrang total geheim ist. Also es könnte sein, dass es noch viel, viel mehr Schulen gibt, von denen wir oder auch die Leute in Hogwarts überhaupt nichts wissen. Also das ist durchaus möglich. Hui. Durmstrang klingt aber auch sehr... Könnte auch eine deutsche Schule sein. Durmstrang. Ja, aber... Ich war in der ehrwürdigen Zauberer-Schule, Durmstrang. Das Durmstrang-Institut. Wissen wir was darüber, wo magisch begabte Kinder aus Deutschland hinkommen? Nach Durmstrang. Nach Schweinwartz. In Bayern. Aber ernsthaft? Nee, das war jetzt Quatsch. Keine Ahnung. Das wäre so... Schweinwartz. Schweinwartz in Bayern. Kennen wir dann auch niemand, was von denen gehört hat. Na, wenn es in Frankreich eine gibt. Europa ist ja so ein bisschen kleiner. Ja, also vielleicht müssen wir auch nach Durmstrang oder nach Bonbeton. Kann ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, also es kann auch sein, dass Durmstrang irgendwo so in Nordpolen oder so unterwegs ist, was früher dann mal deutsch war, was den Namen erklären würde. Ich finde es so geil, wenn die Amis das dann halt so haben wie in ihrem eigentlichen Schulsystem, dass es da so staatliche Zauberschulen gibt. Dann gibt es die privaten Zauberschulen, wo die Leute sich ein Leben lang halt irgendwie selbst verschulen. Und dann gibt es diese komischen Hinterwäldler-Zauberer, die mit ihren Kindern so Homeschooling machen. Weißt du, die wissen dann zwar, wie sie die Popel aus der Nase zaubern, sind sie aber zu dumm, einen Kelch mit Wasser zu füllen oder so. Ja, die selbst in der Welt der Zauberer als Esoteriker gelten. Ja, genau. Die dir dann erzählen wollen, dass der Patronus-Zauber Autismus auslöst. Ja, genau. Und die dann dagegen so Steinglobulis haben, die sie selber bestäubt haben gegen das Mondlicht oder so. Es gibt einen mega geilen Sketch von Key & Peele. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so die Regisseure hinter Get Out zum Beispiel. Die machen so ganz viel Comedy-Zeug. Und da gibt es nämlich eben genau so ein Video zu If Hogwarts was eine städtische Schule, halt eben in so einem Brennpunktviertel in New York oder so. Und dann halt wie die Kids da abgehen und mit irgendwelchen Dämonen schwanger sind und so. Das ist mega geil. Und mit Wischmöcken Quidditch spielen. Weil die sich keine Besen leisten können. Das ist mega geil. Das ist ein sehr, sehr schönes Video. Kann ich nur empfehlen. Sag mal, Leute, ich frage euch mal ganz offen jetzt, ich als Muggel, was wissen wir über die Geschichte von Hogwarts? Also was wissen wir über die Gründung? Der Gast darf immer vornehmerweise als Erster. Gründung wurde es von vier Leuten, von, ähm, Gott, wie heißen sie? Ruvina Ravenclaw, Salazar Slytherin, Godric Gryffindor und Helga Hufflepuff. Das waren, lass mich lügen, einfach ganz dolle Zauberer, die irgendwie gedacht haben, okay, wir müssen jetzt die Jugend fördern, wir machen hier eine Schule hin und der Einzige, der sich so ein bisschen dagegen gesträubt hat, war Salazar Slytherin, denn er wollte nur Reinblüter, also Zaubererkinder, die auch von Zaubererfamilien kommen und nicht irgendwie aus Versehen von Muggelfamilien plötzlich Zauberer gewordene Kinder. Aber sie haben sich alle zusammengeschlossen und, ähm, ja, jetzt durften alle Kinder dahin. Genau, das waren nämlich die vier großen Zauberer, die, äh, ja, alle ein bestimmtes Prädikat an Eigenschaften halt hatten, wofür sie bekannt waren. Das war, ja, Gryffindor war halt besonders mutig, die Ravenclaw war halt besonders klug und die Hufflepuff war halt eher extrem loyal und solche Sachen und dementsprechend wollten die halt, weil sie halt die Ficker in ihrem Zeitkosmos waren, wollten die sich halt zusammenschließen und halt, äh, ne geile Schule dann halt machen für alle, wo ausgerechnet der eine Typ, der, äh, äh, halt, äh, Puzzle war und irgendwie so richtig den geilen Scheiß konnte, ausgerechnet halt auch irgendwie das White Supremacy dann gepusht hat, wie Sau. Ich möchte übrigens, äh, anmerken, dass, dass, äh, Godric Gryffindor, äh, vielleicht mutig war, aber ich vermute nicht sonderlich klug, weil, ne, Gryffindor heißt ja so viel wie Greifentür, so per Lautverschiebung ein bisschen anders geschrieben und sein Wappen ist halt ein Löwe, also der hat scheinbar nie wirklich begriffen, was ein Greif ist. Und die, zu viel ich weiß, gibt's die sogar in der Welt. Also... Tobi, das heißt lediglich, dass er keine Ahnung von Marketing und Design hat. Ja, also es ist so, hi, mein Name, mein Name ist Fuchs und deswegen hab ich als Logo einen Tiger. Mein Name ist Hans, Tiger sind cool, ich will jetzt ein Tiger als Logo haben. Ja, scheiße, aber wie ich weiß. Und er hat sich auch nicht als Godric Gryffindor vorgeschätzt, sondern, mein Name ist Hans, die können mich Klaus nennen. Genau. Das ist mein Spitzname. Aber Ravenclaw hat als Logo auch ein, äh, nicht, einen Adler, nicht Raben, nicht Rabenkrall, sondern irgendwas anderes, ein, äh, Adler, glaub ich? Ein Adler, so einen goldenen Adler, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber es ist genauso dumm. Also Slytherin benutzt die Schlange, weil er Parcel spricht, Hufflepuff benutzt einen Dax, weil genau wie Dax ist in Hufflepuffs, scheißegal. Aber das ist so, das ist mit dem Griffin und dem Rave. Ey, ohne Scheiß, also ich hab nix gegen die Hufflepuffs, so, ne, das sind ja nette Leute und so, aber die spielen halt in dem Kosmos von Harry Potter überhaupt keine Rolle. Das ist scheißegal. Die einzige Figur aus Hufflepuff, die eine Rolle spielt für die Handlung von Harry Potter, ist Cedric Diggory und der spielt auch nur eine Rolle, weil er drauf geht. Weißt du, also das ist ... Ja, jetzt ist er auch Hufflepuff. Also ich glaube gerade, das Hufflepuff-Following ist durch die neueren Filme, jetzt Fantastic Beasts und Blar, jetzt wieder gestiegen. Und Hufflepuff sein ist natürlich geil, weil der Gemeinschaftsraum von dem direkt in der Nähe von der Küche ist. Du kannst nachts nochmal dir schnell noch einen Snack krallen. Ja, obwohl ich auch irgendwo gelesen habe, dass ja Hufflepuff ist ja für die Fleißigen und Loyalen, glaube ich, ne, und ist ja von der Helga Hufflepuff auch so vorgesehen, dass das im Prinzip die aufnehmen soll, die eigentlich keiner wollte. Also das ist wirklich so die Abfallverwertung so ein bisschen. Ich weiß aus der Community jetzt, die Hufflepuffs werden mich jetzt wieder kreuzigen, aber tja, die Fakten sprechen gegen euch. Ich finde das auch scheiße. Ich finde das Hufflepuff-Bashing auch scheiße. Fleiß und Loyalität sind viel geilere Werte als zum Beispiel Mut. So, wenn du mutig bist, springst du halt über eine Klippe, bist du dumm. Dumm. Wenn du lieber in einem Raum mit 100 langweiligen Hufflepuffs als einem Gryffindor, der irgendwie zu viel Mut hat oder Slytherin, der zu viel seine Intrigen spielt. Ja, aber da muss man was dazu sagen. Wenn du die Wahl hast zwischen einer Party zwischen Hufflepuff und Ravenclaw oder Slytherin und Gryffindor, dann gehe ich auf jeden Fall zu den Ravenclaws und Hufflepuffs. Das ist zwar bestimmt langweilig, aber du überlebst die Nummer. Ja, aber bei den Hufflepuffs sehe ich das so ein bisschen so Dionysos-mäßig. Ich weiß nicht, die sind in der Nähe von der Küche, da geht es wahrscheinlich richtig ab. Oder selbst wenn die nur zusammen kochen, wie geil ist das denn wieder dann? Das ist doch geil. Deswegen wissen wir davon auch nichts. Die sind alle so Leute, die da in ihrem Keller hinter der Dings sitzen und die geilen Partys schmeißen, aber niemand redet drüber, weil das so eine loyale Truppe ist. Weißt du, so was in Hufflepuff passiert, bleibt in Hufflepuff. Ja, das sind wahrscheinlich auch die einzigen normalen Schüler, aber bei den Gryffindors, weil was man ja aus den Filmen mitnehmen, ist ja nur mal, du bist geil, wenn du ein Sportler bist, wenn du reiche Eltern hast und generell einfach nur die Dinge zufliegen. Das stimmt. Jetzt gibt es ja da draußen in diesem Netz eine Million Tests. Zu welchem Haus gehörst du? Und Hand aufs Herz, ihr habt sie alle gemacht, wenigstens einen davon. Kaddi, jetzt hast du ja schon abgelehnt, bei Hogwarts angenommen zu werden, aber wenn du auf diese Schule musst, welchem Haus fühlst du dich denn dann zugehörig? Wo soll der Hut dich hinschicken? Also ich habe einen Test gemacht und bin bei Ravenclaw gelandet und habe mich vorher irgendwie nie darin gesehen. Mein Freund beharrt darauf, dass ich Hufflepuff bin und er selber ist in Slytherin eingeteilt worden, meine beste Freundin ist in Slytherin eingeteilt worden und ich habe mich immer als Slytherin gefühlt. Wahrscheinlich werde ich dann den sprechenden Hut einfach belabern und sagen, bitte, bitte, alle meine Freunde sind da, ich will auch in Slytherin sein, auch wenn ich Hufflepuff oder Ravenclaw bin, ist mir egal. Kadi, ich frage dich jetzt mal bewusst, direkt provokant, warum denn? Slytherins sind doch böse. Slytherins sind überhaupt nicht böse. Slytherins, keine Ahnung, das ist halt so das Edgy-Haus und ich fand es damals schon immer toll. Ich habe Snape geliebt und Lucius Malfoy und Voldemort und wie sie alle heißen und wenn man dann irgendwie ein bisschen angeknackste Seele hat, dann fühlt man sich irgendwie wohler, wenn man bei anderen Leuten ist, die auch angeknackste Seelen haben und dann hilft man sich gegenseitig daraus. Das heißt nicht unbedingt, dass man böse ist. Das ist immer toll. Man will dann immer auch in so einem Haus, wo es so elitär ist, willst du dann auch das Negativbeispiel sein, weißt du? Kommst du da hin, so, ja, guck mal hier, da ist die Gaddy wieder, die hat doch einen an einer Waffe. So bei den Slytherins, so, ja, die hat halt tierisch einen an einer Waffe. Ja, aber sie ist ein Vollblut. Scheiße. Wir müssen uns das mit diesem Delay, das nervt gerade mega. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen. Was soll ich sagen? Genau, also in den Büchern wird ja auch mehr oder weniger explizit gesagt, dass Slytherin, das sind nicht alles böse. Das Ding ist nur, dass, also, so ziemlich jeder böse Zauberer kommt aus Slytherin, aber nicht jeder Slytherin-Zauberer ist böse. Das ist so rum. Da sind schon durchaus normale Leute drin. Ja, die haben das in der einen oder anderen Form meistens nicht alle, aber das sind nicht alles Nazis oder Arschlöcher-Verräter oder so. Also das steht ja auch für und für so. Professor Slytherin war ja auch ein Slytherin und eigentlich ein total cooler Typ. Abgesehen davon, dass er so ein bisschen ruhmgeil war oder halt sich so seine Lieblinge da zusammengesammelt hat, um dann irgendwie davon zu profitieren. Aber Profit haben wollen ist ja auch nicht grundlegend schlecht. Nee, also da steht ja auch für Verintelligenz und Listigkeit, so dieses Haus, ne? Also das ist ja ein... Beziehungsweise man weiß, List und Tücke zu verbinden und kann wahre Freunde finden. Kadi, mal Hand aufs Herz, du bist Metal-Fan, oder? Bestimmt. Jetzt nicht Fan, aber ich höre es, ja. Ich habe jetzt zuletzt Piraten-Metal-Feel gehört. Bei Slytherin wird mit Sicherheit am meisten Metal gehört auf Hogwarts, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Ja. Und dann auch nur so grölender Death-Metal, wo man gar nichts versteht. Deren Haus ist in dem Kerker, ne? Also das ist praktisch die Erfindung des Death-Metals, das kommt aber wahrscheinlich her. Oder Black-Metal. Wenn sie sich so echte Korps-Paintern zaubern und so richtig, ja wirklich, ja. Fleisch so vom Gesicht geschält, wird so... Aber die zaubern sich wahrscheinlich auch so die Haut weg. Ekliger Schranz-Techno ohne Melodie. Dark-Rave-Zeug. Genau, und dann so kommst rein in das Haus bei denen so Strohbus-Licht, so Leute, die in Käfigen tanzen. Ja. Den ganzen Abend läuft Gore und dann... Und die ganze Zeit auch nur dieses giftgrüne Licht. Genau, und dann morgens, wenn die Schule losgeht, wird das Gore ausgemacht, wird es die ganze Zeit so in den Gemäueln so... Dann wird die Musik ausgemacht und die Leute kotzen erstmal alle, weil sie sich so an die Vibration gewöhnt haben. Ja, und sich die kranken Zaubertränke von Snape reingezogen haben. Dieses... Dieses ehrwürdige Gebäude, äh, Hogwarts hat, wie wir in den Filmen ja auch sehen, ein paar echt geile Türme, in denen verschiedene Räume drin sind. In einem Turm, äh, sind die Gemächer von Gryffindor und in einem von Ravenclaw, so die... die... Naja, die... die Sportlerhäuser halt. Und, äh, Hufflepuff, genau wie auch Slytherin, sind im unteren Teil, äh, beziehungsweise sogar im Keller. Gibt's da nicht Beef? Also, gut, Beef gibt's ja sowieso, aber sind die zufrieden mit ihren Gemächern da unten? Also, das Ding ist, dass die... Die haben sich das da schön gemacht. Man sieht ja im Film nur die Slytherin- und Gryffindor-Geschichten. Ähm, ja, Gryffindor ist natürlich super gemütlich und schön. Da oben alles irgendwie in Rot und Gold, ähm, und mit Feuerchen. Und die Slytherins, die haben es halt total schön, weil sie direkt an den See angrenzen. Das heißt, sie haben ein riesiges Fenster mit Seepanorama, wo man dann irgendwie die Fischchen und die Seepflanzen und keine Ahnung, was da alles drin ist, angucken können. Also, deswegen haben sie auch immer so dieses leicht grünliche Licht. Ich stell mir das auch cool vor, nur halt so ein bisschen moderig und vielleicht so ein Hauch Schimmelgeruch. Also, in Harry Potter 2 sind sie ja in dem Gemeinschaftsraum von Slytherin. Also, mit diesem, die trinken ja diesen, wie heißt das Zeug nochmal, diesen Vielsafttrank und hängen dann da in dem Gemeinschaftsraum rum und da wird das eben auch als gemütlich beschrieben. Dunkel, aber gemütlich. Und in Ravenclaw, das ist ja da oben in diesem Turm, da sind sie ja auch im siebten Teil, beziehungsweise Harry ist da im siebten Teil. Und das muss wohl auch alles, also so ähnlich sein wie in Gryffindor, nur halt irgendwie luftiger, offener, mit größeren Fenstern und so. Wie gesagt, Hufflepuff wissen wir so gut wie gar nichts drüber, aber ich kann mir vorstellen, dass das da auch irgendwie total, wahrscheinlich sind da überall so Sitzkissen und riesige Sofas, weil die ganzen, in meiner Welt sind alle Hufflepuffs übergewichtig, wahrscheinlich gehöre ich deswegen auch dahin. Und Kiffer? Könnte zur Nähe der Küche liegen, ja. Könnte auch zur Nähe der Küche liegen, ja. Das ist eher so richtig, so eine Chill-Area. Wahrscheinlich haben die den Fernseher erfunden oder den Beamer. Und was wir aber eben auch wissen, ist, dass die anderen Schüler für gewöhnlich nicht wissen, wo die anderen Räume sind. Also ein Gryffindor hat keine Ahnung, wie es bei den anderen aussieht. Also so Neid oder so kann es dann da eigentlich nicht geben. Ist aber auch taktisch clever, die Gryffindors in Turmen zu verbannen, weil wenn die da halt Feuer und so haben, weißt du, wenn dann die Mutigen, weißt du, die da abends am Rumzündeln sind, wenn der Turm als erstes brennt, kann das Schloss von unten nicht einkrachen. Würde das ja bei Slytherin machen, dann hätte das ein Problem, ey. Gutes Thema, Tobi, was du gerade angeschnitten hast, Freizeitbeschäftigung. Also wissen wir über die Schüler auf Hogwarts etwas darüber, wie die sich so unterhalten, beschäftigen, wenn die nicht für die Schule lernen? Gibt es bei denen so einen primitiven Scheiß wie bei uns Fernsehen? So Leute, die halt wirklich sechs Stunden am Tag irgendwelche Serien bingen. Gibt es auch so einen Scheiß in Hogwarts? Es gibt auf jeden Fall sich bewegende Comics. Ja. Und halt Bücher ohne Ende. Also da wird halt viel gelesen. Das ist dann so, wenn wir lustige GIF-Sets oder sowas angucken. Da hast du dann zwar keinen Ton, aber zumindest sich bewegende Bilder. Von was auch immer. Ich glaube, die haben da Unterhaltung genug. Überleg mal, Alter. Die haben da Zauberstäbe und dann geht die Lucy ab da wahrscheinlich. Also die können ja auch alle in Bibliotheken immer gehen. Ich meine, meistens haben sie ja sowieso, haben sie ja sowieso, wenn sie Freizeit haben, machen sie ja entweder Sport oder sie dürfen mal raus aus ihrem muchtigen Schloss oder sie sind zu Strafarbeiten verdonnert oder sie fahren nach Hause. Also das ist auch das, was ich an englischen Internaten gesehen habe. Da ist mit irgendwie groß rumgammeln und Fernsehen gucken, ey, da ist Essig, Alter. Die haben den ganzen Tag zu tun. Über Real-Life-Internate. Bei uns damals im Internat dürfen wir auch nicht Fernsehen gucken. Also da gab es dezidierte Fernsehzeiten. Kack und Sach, Fans wissen das ja schon, Tobi, du warst tatsächlich auf einem katholischen Jungsinternat. Ihr durftet kein Fernsehen? Also ich war nicht auf einem katholischen Jungsinternat. Also ich, das war früher mal ein Jungsinternat und als ich in der 10. Klasse war, haben die das aufgelöst. Nee, in der 9. Klasse. Also die zweite Hälfte meiner Schulzeit, da war das kein Radissoninternat. Und ich war selbst nicht Internatschüler, sondern Tagesinternatschüler. Hatte aber auch ein Zimmer in denselben Häusern und so. Bin halt nur nicht über Nacht geblieben. Zumindest meistens nicht. Und was war noch mal die Frage? Ihr durftet kein Fernsehen? Achso, nee, genau. Also es gab einen Fernsehraum pro Haus. Da durfte aber wirklich nur zu dezidierten Zeiten, durften wir da rein. Also ich glaube, ich habe da zweimal Fernsehen geguckt. Wir haben einmal so ein Filmamt gemacht und einmal als das World Trade Center angegriffen wurde. Das waren die einzigen Male, wo ich da einen Fernseher angesehen habe. Nee, stimmt nicht. Wir haben einmal heimlich Playstation da gespielt, aber das kam richtig auf den Sack. Und also das wurde schon kontrolliert, also dass wir halt andere Dinge machen. Da musst du dich halt beschäftigen. Wie, habe ich einmal in der Folge erzählt, zum Beispiel eine Guideline schreiben, wie man wen mit welcher Taktik bei Sita von Catan besiegt. Und einen ähnlichen Scheiß machen die halt bei Harry Potter auch. Also es gibt ja in den Büchern super viele Phasen, wo die nichts zu schaffen haben. Vor allem in den Ferien, weil Harry ja nie nach Hause fährt. Und die hängen da schon relativ viel rum. Also die gehen dann halt spazieren oder hängen bei Hagrid in der Hütte rum. Die gehen zu Hagrid, trinken Tee, essen steinharte Kekse. Genau, ja. Also, oder machen halt Blödsinn. Also spielen irgendwelche Streiche oder so, die auch nicht so, nicht so, ich sag mal, ausbeschrieben werden. Meistens kommt dann irgendein brennender Seamus wieder zurück in den Raum, weil er wieder Mist gebaut hat. Sie spielen auch immer ein Spiel, zumindest in der deutschen Version, namens Snape Explodiert. Was aber nie so hieß. Also auf Englisch heißt es irgendwie Exploding Snap. Was auf Deutsch übersetzt wird. Exploding Snape. Und wie geht das? Aber es hat gar nichts mit Snape zu tun. Aber Exploding Snape geht interessant. Das ist wie im Internet früher hier so, bin Laden im Mixer oder so eine Scheiße. Aber das Spiel James dann bestimmt auch und lässt wieder irgendwas in die Luft fliegen. Was ist jetzt Exploding Snap? Was machen die da? Schnipsen die um die Wette und wer explodiert hat, verloren oder was? Ich weiß es nicht, aber es ist halt so merkwürdig, dass es mit Snape übersetzt wurde. Ach so. Snape explodiert. Das war einfach wahrscheinlich ein überarbeiteter Übersetzer, so langweilig das klingt, ne? Ach, das Snape, äh, Snape, so muss das heißen. Da werden die Leute mir noch danken, dass ich das so übersetzt habe. Exploding Snape. Das andere macht doch gar keinen Sinn. Von Hasbro. Ja, genau. Was ist logischer in der Welt von Harry Potter Exploding? Snap oder Snape? Fantastisch. Ja, vor allem, weil die Griffe hinter uns das Spiel, ne? Ich hab mich sowieso in Hoppods immer gefragt, wenn die da halt auch die ganze Zeit aufeinandersitzen oder so und ihre Zaubersprüche, äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, korrigiert mich bitte, ich weiß nicht, wie es in den Büchern ist, aber gibt's da eigentlich auch Fälle, dass Leute sich halt auch, äh, beim Ausprobieren von Zaubersprüchen halt auch mal wirklich ernsthaft verletzt haben oder die haben jetzt versehentlich mal, irgendwie, weiß ich nicht, die Vorhaut weggezaubert haben oder sowas? Sowas gab's bestimmt mal. Also du kannst ja Leute Schnecken spucken lassen und, ähm, die Weasley-Zwillinge Fred und George haben ja sogar richtig viel Geld damit verdient, dass sie den Kindern irgendwie Kotzpastillen und Eiterbeulen Schokolade verkauft haben, damit sie die Schuhe schwänzen konnten. Das sind ja, das sind ja Süßigkeiten und Gedöns, ne? Aber ich hab mich jetzt halt gefragt, weißt du nicht, schon bevor du sitzt halt so im Unterricht, äh, bei X-Men gibt's da so eine schöne Szene, wo man sieht, wie, ähm, Pyro noch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Gasball an Feuer in der Hand balanciert und Iceman macht dann da halt so eine Eiskugel draus und dann fällt die ihm runter, bumms, bist am Arsch, ne? Weiß ich nicht, wenn dir sowas halt passiert, weiß ich nicht, äh, Harry Potter kommt vorne an die Tafel und zeichnet uns einen unverzeihlichen Fluch an und einer zaubert ihm einen harten Ständer oder sowas, weißt du, unter der Robe? Der schlimmste Fluch von allen. Also, der Erektus nicht verschwindibus. Also, 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 ich kann dir jetzt keinen Fall genau nennen, aber ich hab, ich hab so leicht, äh, irgendwo in meinen Nuggets spüre ich, dass, dass so Statisten im Hintergrund des Krankenzimmers eben genau aus solchen Gründen immer da lagen, weil die da irgendwie Mist gebaut haben. Wissen wir irgendwas über Sex? Selbst in der Haupthandlung kommt sowas ja vor. Wissen wir was über Sex auf Hogwarts? Ne. Also, Dates und Knutschen, ja, aber. Ich glaube, als, ähm, Junge darfst du nicht in den Mädchenschlafsaal gehen und andersrum, glaub ich, auch nicht, um eben sowas zu verhindern. Das sind Zauberer, als ob die keine Lösung finden. Ich mein, Harry hat, ja, Moment, Harry, Harry kriegt im ersten Buch seinen, seinen Rape-Cloak da geschenkt, also damit kannst du, oh, Jo, es gibt, ohne Scheiß, es gibt Rape-Drugs in Hogwarts und zwar legal. Du kannst Liebestränke kaufen, das irgendwem geben oder halt auch in Schokolade, reinträufeln oder so. Da muss nur ein Bild von dir sein und die Person verliebt sich sofort in dich und du kannst es mit ihr treiben, wie du willst. Und keiner tut was dagegen. Da kommt dann jemand und sagt, ja, Liebestrank, ne, dumm gelaufen, tut mir echt leid. Tschüss, elfjähriges Mädchen. Tut mir leid, dass du schwanger bist, fünf Punkte ab zu Gryffindor wegen Schande. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, Jacqueline. Bedecken Sie Ihre Schande. Aber das passiert doch hier, dem Ron passiert das doch, ne, der wird doch da mit so einem Liebestrank irgendwie, ich sag mal, gefügig gemacht. Aber zu dieser Sexnummer, also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass man gar den Mädchensaal gar nicht betreten kann, weil ja, die Schüler finden einen bestimmten Weg, aber die Lehrer finden mit Sicherheit auch einen Weg, das zu verhindern. Und zum anderen jetzt in der Realität, also bei uns zumindest war das so, dass wir logischerweise auch keinen Sex haben durften. Und wenn da Sex passierte, sind wir sofort von der Schule geflogen. Nein, nicht? In meiner Zeit, als ich noch da war, ist das, glaube ich, zweimal passiert, dass Leute direkt von der Schule geflogen sind, weil die beim Bumsnerwisch wurden. Von einem Fall weiß ich noch, die haben sich in einer, wie heißt das, in einer Pfadfinderhütte erwischen lassen, morgens, als die ganzen Pfadfinder da auftauchten und die da gerade noch zu Gange waren. Also das war jetzt nicht so clever. Aber das hatte tatsächlich jetzt keinen Schikanegrund oder keinen komischen katholischen Grund, sondern einen rechtlichen Grund, weil wenn Internatsschüler miteinander ein Kind zeugen, zumindest war es damals so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ist die Schule dafür verantwortlich, für das Kind zu bezahlen, weil die ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Das ist ja strange. Ich weiß nicht, ob das in Rockland auch so ist, aber... Kadi, hast du Internatserfahrungen? Nee, eine Freundin von mir war, glaube ich, ein oder zwei Jahre mal da drauf. Aber ja, ich weiß nicht. Also sie hat dann angefangen zu kiffen, als sie auf dem Internat war. Das ist das Einzige, was ich weiß, dass sobald du aufs Internat gehst, dass du direkt so wirst. Also ich habe in meinem erweiterten Freundeskreis auch einen, der auf dem Internat war. Auch, ja, also ich sage es halt ganz direkt so, war früher halt mega Kiffer und Säufer. Und man hat tatsächlich irgendwie so subjektiv das Gefühl, dass die Leute auf dem Internat die schlimmsten von allen sind. Sie war aber nicht, also ist halt trotzdem sehr gut gewesen. Also, aber halt um irgendwie, wahrscheinlich um den ganzen Stress, weil du halt in der Schule bist, du hast dann irgendwie nie richtig Zeit, um abzuschalten. Oder halt auch um den Stress der Schule quasi in der Schule zu lassen. Du bist weiterhin in der Schule. Du bist da zu Hause, wenn du da übernachtest und so. Und irgendwie, keine Ahnung, erst an Feiertagen oder am Wochenende nur deine Eltern besuchst. Da musst du irgendwie mit klarkommen. Und andere Leute, weiß nicht, trinken ja Feierabendbierchen und andere fangen an zu kiffen oder sonst was für Drogen einzuschmeißen. Ja, also gerade Alkohol, wir waren es auch echt extrem verbreitet. Also sobald man Alkohol trinken durfte, wurde das auch getan. Du durftest, bis du in die Oberstufe kamst, das nicht auf dem Gelände tun, aber sobald du in der siebten Klasse warst, durftest du das Gelände verlassen. Und dann sind wir halt immer nach Holland drüber, weil das direkt an der holländischen Grenze war. Haben uns da im Supermarkt mit billig Dosenbier eingedeckt. Sind sogar mal deswegen des Landes verwiesen worden, weil man in Holland in der Öffentlichkeit kein Alkohol trinken darf und wir das nicht wussten. Da haben die uns, also wir durften nicht in der Schule trinken, dann sind wir nach Holland drüber und dann haben die uns aus Holland rausgeschmissen. Also wirklich mit Polizei begleitet, aus dem Land raus. Das waren jetzt nett, aber trotzdem. Und dann standen wir halt da und durften halt logischerweise nicht besoffen zurück in die Schule und mussten dann erstmal ewig lang spazieren gehen, damit das keiner merkt. Was passiert mit Zauberschülern, die das Hogwarts-Gelände illegalerweise verlassen? Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Doch, das geht wohl, über diese Geheimgänge. Doch, das geht. Das ist auch das Geile. Das sieht man doch schon im ersten Film. Es ist Schülern verboten, in den, äh, untersagt, in den verbotenen Wald zu gehen. Darin kann man sterben. Übrigens, eure Strafe ist, ihr geht heute Abend alle drei in den verbotenen Wald. Ja, so, alleine. Ich glaube, passiert ist da nie wirklich was. Es wird immer so gesagt, ja, du darfst es nicht machen, aber, ähm, wirklich bestraft wurde keiner. Oder du musst vielleicht mal ein Pergament vollschreiben und sagen, ich mach das nie wieder und dann machst du es trotzdem. Deswegen sind es ja auch Geheimgänge. Das kriegt halt keiner mit. J.K. Rowling muss ich auch sagen. J.K. Rowling ist dann aber auch, was das angeht, irgendwie ist so ein bisschen, weiß ich nicht, vom Streichespielen her und so, hat schon was von so Dennis the Menace, weißt du? So, einmal, da bin ich bei Mrs. Wilson und hab die Rosen zertreten. Ja. Ist ja auch ein Kinderbuch. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch geil, wenn sie sich hier mit 30er jetzt hinsetzen und sagen, warum ist das nicht gefickt worden? Warum haben die sich die Gegend nicht vergewaltigt? Was ist das für ein komischer Ort mit so einem alten Mann, der da Kinder zu sich holt? Was ist da los? Ja, klar, stimmt. Hast ja recht. Das darf man echt nicht, was in den Augen verliehen. Scheiße. Ja, stimmt. Liebe Leute, wir machen eine ganz kurze Pause. Da holen wir uns was zum Verspannen aus der Havelpuff-Küche und danach sprechen wir über die Schulfächer, die in Hogwarts so gelehrt werden und dann natürlich auch über die Gefahren, die uns da so drohen. Bis gleich, Leute. Werbung. Ich muss sagen, das Thema Versicherungen kotzt mich manchmal schon ziemlich an. Egal ob Hausrat, Haftpflicht, Krankenversicherung. Du musst mit Verträgen von x verschiedenen Unternehmen jonglieren und oft wollen die dann noch per Brief mit dir kommunizieren. Das nervt. Wir werden heute von einem Service unterstützt, von einer App, die uns hier das Leben um einiges einfacher macht. Die heißt Clark. Mit Clark kannst du Versicherungen gesammelt in einer App managen. Bei Clark kannst du in-App bestehende Versicherungen einfügen und auch neue abschließen. Alles digital. Du kriegst auch noch Tipps und Tricks für den Versicherungsdschungel und sehr entspannt. Es gibt keinen Verkaufsdruck. Die App ist komplett gratis. Und es gibt sogar einen Support von Versicherungsexperten per E-Mail, Chat oder ganz klassisch Telefon. Für Kack- und Sachhörer, die Clark nutzen möchten, gibt es jetzt zum Einstieg einen Amazon-Gutschein geschenkt. Wenn du eine bestehende Versicherung mitbringst und die in der App addest, dann kriegst du einen 15 Euro Amazon-Gutschein, bei zwei bestehenden Versicherungen sogar einen 30 Euro-Gutschein. Wie kommst du da ran? Einfach in der App oder im Browser bei Clark registrieren und bei der Registrierung den Gutscheincode KUS angeben. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes dieser Folge. Gutscheincode nochmal KUS. Viel Spaß mit Clark. Und jetzt geht's weiter mit den Kackis. Werbung Ende. Lass uns mal über die, ich sag mal, Schulregularien und Rituale so ein bisschen sprechen, wenn man bei Hogwarts anfängt. Sechs Jahre verbringt man auf der Schule, korrekt? Sieben, oder? Sieben Jahre verbringt man auf der Schule. Und sobald man elf Jahre... Stimmt, Harry hat sechs da verbracht. Ja, und sobald man elf wird, kommt man auf diese Schule. Sobald man elf wird, bekommt man ja eine Message von der Taube. Ja? Und Eule. Oh, im Handy eine Message. Hedwig hat die geschrieben. Harry wurde ja von... Du bist angenommen. Hat deine Freundschaftsangefrage akzeptiert. Ja, genau. Also weißt du, statt Hagrid hat getwittert, so Hagrid hat geohlt. Harry wurde freundlicherweise ja vom Hagrid abgeholt. Das war aber so ein, ich bin der auserwählte Ding, oder? In den Genuss kommen die nicht alle. Naja, seine Stiefeltern oder seine Tante und Onkel haben ihn ja versucht, davon abzuhalten. Also Hagrid musste kommen, um ihn überhaupt da rauszukriegen. Ansonsten wäre er wahrscheinlich nie zur Schule gegangen. Das war notwendig. Ja, das sind schon echt verantwortungslose Vormünde gewesen, die nicht wollten, dass wirklich ihr Kind auf eine Schule geht, wo ein Typ ihm Zaubertricks beibringt. Ja, vor allem in dem Wissen, dass einer der krassesten, bösesten Zauberer aller Zeiten mit Sicherheit, wenn er noch lebt, Jagd auf ihn machen wird. Toller Ort. Großartiger Ort. Eigentlich, je älter man wird, betrachtet man Petunia und Vernon Dursley mit ganz anderen Augen, weil man denkt, eigentlich, eigentlich haben sie ja recht, oder? Ja, total. Vor allem, weil der konnte den ja auch in dem Haus nicht finden. Kinder misshandeln ist ja scheiße. Ja gut, aber bei den Dursleys hatte ich immer eher das Gefühl, die wollen halt nicht, dass rauskommt, dass Harry was Besonderes kann, weil das sie an ihre eigene Unwichtigkeit oder, ich sag mal, an ihr eigenes Unvermögen erinnert, oder? Natürlich, das ist ja irgendwie so ein Psychohintergrund. Die Petunia wollte unbedingt nach Hogwarts, ist aber nie angenommen worden. Und ihre Schwester war sowas ganz Besonderes und ist dann gestorben. Und das hat dann in ihrem Kopf irgendwie ein Trauma verursacht, dass sie dann alles, was irgendwie mit Magie zu tun hat, ausgeblendet hat. Aber dann hatte sie eben Harry irgendwann vor der Türschwelle. Und das Einzige, was ihr eingefallen ist, um es irgendwie zu bewältigen, ist, dass es einfach alles ignoriert wurde, was irgendwie ungewöhnlich war. Jetzt mal, wenn die Kids da mit elf an dieses tolle, große, berühmte Zaubergymnasium kommen. Was haben die denn vorher gemacht? Gibt's einen Zauberkindergarten? Gibt's eine Zauberkita oder Grundschule? So eine Zauberorientierungsstufe. Gute Frage. Bis zum elften Lebensjahr hat man schon echt eine Menge Scheiß gemacht. Ja, das ist wirklich meine, das sind elf Jahre. In einer richtigen Dieb Zaubererwelt bestimmt. Also ich wette, dass irgendwie bei den Weasleys oder so, oder halt wenn man so in Zaubererdörfern direkt ist, dass es dann sowas gibt. Aber wenn du dann so mit Muggeln zusammenwohnst, kann es schon schwierig sein. Also es gibt ja diese Nummer mit der, oh Gott, wie heißt die kleine Nummer? Mit der Genie Weasley. Die ist ja zu Beginn noch nicht auf Hogwarts und fährt wieder mit nach Hause. Und das Einzige, was wir da sehen, ist, also wenn wir dann nachher im Fuchsbau sind, wie das Haus der Weasley ja heißt, dass die da halt so, ich sag mal, normales Leben irgendwie fahren, also für die normales Leben fahren, von einer Kita oder so ist da jetzt nicht die Rede. Vielleicht ziehen die die Kinder wirklich, bis die elf Jahre alt sind, einfach groß. Wenn man jetzt nicht gerade Familie Malfoy ist, die wahrscheinlich tausend Bedienstete haben dafür. Aber ich... Oder einfach Hauselfen. Aber die Rede ist einfach nie... Genau, die Hauselfen, ja. Die bringen das jetzt bei. Würde bei den Weasleys aber zum Beispiel auch so einiges erklären. Ich meine, wenn du da eine ganze Generation oder mehrere Generationen von halt Zauberern, Menschen dort hast, wo die Kinder halt nicht... Ich meine, was lernst du bei uns im Kindergarten? Ja gut, im Kindergarten lernst du mit Fingerfarben malen und dich hoffentlich nicht versehentlich selber umzubringen. Aber dann in der Grundschule... Das ist richtig, Alter. Ja, und dann aber in der Grundschule spätestens lernst du ja solche Sachen wie Lesen und Schreiben und Gedöns und Co. Also entweder ist das wirklich den Familien vorenthalten, weswegen dann auch wirklich sehr versnobbte, wie Draco Malfoy dann halt auch auf diese Schule kommen, einfach ein viel besseres Wissen haben von den Dingen in der Welt, weil die Bediensteten des Hause Malfoy's eben supergut halt Lesen, Schreiben und was auch immer halt irgendwie, was für die Zauberwelt Wichtiges beibringen konnten. Weil bei den Weasleys siehst du halt auch, da scheint keine Sau auch Ahnung von Mathe zum Beispiel in irgendeiner Weise zu haben. Hast du den Fuchsbaum mal gesehen, Alter? Das Ding, das ganze Gebäude ist Kraut und Rüben. Statisch ist das eine Katastrophe. Das hält auch nur mit Magie. Harry ist ja auf eine richtige Schule gegangen, also richtig in Anführungsstrichen, auf eine Muggelschule. Dieser Scheißen Hörd. Hat dann noch Lesen und Schreiben gelernt. Vielleicht weiß Ron das überhaupt nicht. Vielleicht wurde ja Ron gehomeschooled von seiner Mom und kann jetzt gerade mal so seinen eigenen Namen schreiben mit einem verkehrt rum N. Verkehrt rum ist R, verkehrt rum ist N ist irgendwie nicht so. Also ich recherchiere das hier gerade mal so nebenbei und es gibt wohl irgendwelche Hinweise darauf. Ich habe jetzt allerdings keine Belege, dass rein blütige Familien wohl tatsächlich ihre Kinder zu Hause unterrichten und dass eben auch die Weasleys da, die ja auch eine rein blütige Familie sind und mit Muggeln nix am Hut haben, das wohl machen. Aber ich habe jetzt hier noch keine Quellenangabe. Ja. Die sind ja auch nur am Breeden, also da ist die ganze Zeit jemand da. Also alleine sind die Kleinkinder dann nicht. Am Breeden, am Züchten? Ja. Leute, lasst uns über die Schulfächer sprechen. Ich finde es mega spannend, was da so gelehrt wird. Also einfach ein Fach für Lesen und Schreiben gibt es ja nicht, wie wir schon festgestellt haben. Das können die alle schon. Das wird vorausgesetzt. Hauptfächer, da hätten wir zum Ersten die Zauberkunst. Das ist ein bisschen sehr allgemein, finde ich. Das kann ja alles sein. Ja, aber darum geht es ja auch. Hast du so einen verrückten Typ, der dir so Kartentricks beibringt und so Frauen in der Mitte durchsägt? Geil. Und heute, Unterricht Zauberkunst mit Siegfried und Roy. Ja, also was die da ja lernen, sind ja so die Klassiker halt. Also wir erinnern uns an diese wunderbare Szene aus dem ersten Teil mit dem Wingardium Leviosa und Seamus sprengt alles in die Luft. Also da lernst du halt so Alltagszauber. Das macht ja dieser, wie heißt der nochmal? Flitwick. Professor Flitwick. Butschen und Wedeln lernst du da ja schon. Also Warwick Davis. Zauberkunst, alles, was irgendwie mit dem Zauberstab zu tun hat. Würde ich sagen. Da kommst du bestimmt auch dumm vor, oder? Da kommst du in eine Schule und erklärst dir erstmal Leute, wie du den Stock richtig hältst, ey. Naja, das muss gelernt sein. Ich meine, bei Germany ist der Top-Undel die Leute laufen. Wenn du mal versucht, Baseball zu spielen, dann musst du auch erstmal leer, wie du den Stock hältst. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, zweites Hauptfach, Verwandlung. Ich verstehe nicht so ganz, warum das auf mehrere Fächer aufgeteilt wird. Ist Verwandlung nicht auch Zauberkunst? Ja, ne. Ja, ne. Belassen wir es dabei. Ich glaube, da geht es auch um die Schwierigkeit. Also jetzt ein Glas Wasser zu zaubern, ist, glaube ich, nicht so krass, wie sich in einen Ochsenfrosch zu verwandeln. Dass das nochmal abgesplittet wird, weil das halt so eine, ich sag mal, also Verteidigung gegen die dunklen Künstler ist im Endeffekt auch nichts anderes als Zaubern. Aber da halt eben spezialisiert auf einfach, das deutlich schwieriger ist. Und bei der Verwandlung ist das scheinbar extrem, also das sagt die McGonnell-Villie am Anfang, dass die Verwandlung so ein mega kompliziertes, gefährliches Thema ist. Ihr habt es gerade schon angesprochen, weiteres Hauptfach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist so das Rockstar-Fach, oder? Das ist so wie Sportunterricht an realen Schulen. Das wollen alle machen. Ich hätte gesagt, Quidditch ist eher der Sportunterricht, weil du dich ja dann körperlich betätigst. Quidditch listet das Harry-Potter-Wiki tatsächlich nicht als explizites Schulfach. Ist dann mehr so eine AG? Die Sport-AG? Die Quidditch-AG? Ja, vielleicht. Die außerschulischen Aktivitäten bist du wahrscheinlich, ja. Nee, das ist schon Unterricht. Also Neville muss da ja hin, die werden ja auch drin benotet. Naja, obwohl... In den ersten zwei Teilen geht es auch darum, dass sie da Noten für kriegen. Ja, das ist auch so. In England hast du an vielen Schulen, und gerade an Privatschulen, ist es ja auch zum Beispiel so, wenn du da jetzt zum Beispiel ruderst oder Rugby spielst oder sowas, dann spielst du ja nicht Rugby in einem Verein, du spielst für deine Schule. Und das wird bei denen nicht anders sein. Sportunterricht wird wahrscheinlich auch. Erst Quidditch-Theorie, dann angewandtes Quidditch, dann Strategie-Quidditch, und dann gibt es auf die Fresse Quidditch halt. Ja, aber also, wir sehen ja im ersten Teil, ist es ja tatsächlich so, dass die diesen Unterricht haben, bei der Frau, weiß ich nicht mehr, die mit der aussichtlichen Adler. Madame Hooch! Und die gar nicht richtig Professorin ist, sondern nur Madame. Genau, und die schickt Harry dann ja eben in die Mannschaft, wo er dann anfängt zu trainieren. Also die haben vorher schon einen ganz normalen Unterricht. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die Mannschaft und der Unterricht. Ja. Aber wir waren bei Verteidigung gegen die dunklen Künste, jetzt mal blöd gefragt, was lerne ich denn da? Dich verteidigen, I guess, lernst über Flüche Bescheid und wie du sie abwährst. Du darfst sie natürlich nicht selber anwenden. Ja, das Wissen über dunkle Magie. Hm. Ja. Okay, und wir sind alle etwas ratlos. Nee, das Ding ist halt, ich kann ja mal noch was in den Raum werfen. Ich habe mich halt immer gefragt bei Verteidigung gegen die dunkle Künste. Klar, die lernen dann halt ihre drei unverzeihlichen Flüche und solche Sachen, ne? Und was Kobolde sind und was halt irgendwie Einhörner sind und also all die Sachen, die du für den Alltag wirklich halt brauchst in der Harry-Potter-Welt offensichtlich. Aber was ich mich halt auch immer gefragt habe, lernen die dann auch solche Sachen wie, weiß ich nicht, so Beschwörungszauber erkennen? Also mal dann da jemand ein Pentagramm und sagt, nee, 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 das ist Muggelschwarze Magie, das ist ja Quatsch. Damit kannst du den Typen mit den Hufen halt heraufbeschwören, an den glauben wir aber nicht. Ja, bestimmt. Ja, das ist ja das, also das kommt ja vor, in irgendeinem Teil machen die ganz viel Theorieunterricht, ich glaube im fünften war es und da geht es eben genau um so ein Zeug, also dass man eben so ein, also woran man welchen Fluch erkennt, woran man welche Beschwörungen erkennt und so weiter. Und Snape macht mit denen ja zum Beispiel, jetzt aus anderen Gründen, aber dann eben so Wehrwölfe und so ein Gedöns, der Moody, äh Quatsch, Moony, wie heißt er nochmal? Lupin? Mad-Eye Moony. Macht mit denen, nee, nee, Moony ist der Spitzname von Lupin, was ja in den Filmen nie so richtig erklärt wird. Der macht das ja mit diesen Irrwichten zum Beispiel oder mit irgendwelchen Kappas und irgendwelchen anderen bösen Monstern, die es da draußen so gibt. Und bei Gilderoy Lockhart im zweiten Teil machen die halt eben genau diese Fluchabwehr und Duellieren und so ein Zeug, also wie man tatsächlich aktiv kämpft gegen böse Zauberer. Dann gibt es noch Zaubertränke und Kräuterkunde, auch zwei Hauptfächer, also Gebräue herstellen. Dann gibt es noch, das finde ich interessant, Geschichte der Zauberei. Also die haben tatsächlich auch so einen ganz klassischen, Geschichtsunterricht, so wie es aussieht, ne? Was unterrichtet wird von einem Geist. Also es ist ein Lehrer, der einfach irgendwann während des Unterrichts gestorben ist und der hat es nicht mitgekriegt. Und unterrichtet es ja weiter als Geist. Perfekter Geschichtslehrer. Und ist halt super langweilig und alle schlafen auch dabei ein. Aber es ist halt das, was er zu Lebzeiten immer gemacht hat. Darum macht er das jetzt auch im Reich des Todes weiter. Ob das ja eine Vorhölle ist? Geil. Ja, ab der dritten Klasse gibt es dann noch Wahlfächer. Da kann man dann zwischen verschiedenen Spezialisierungen wählen. Zum Beispiel die Pflege magischer Geschöpfe. Ja, das ist halt Veterinärmedizin, oder? Ich glaube, das wäre mein Lieblingsfach. Ja, ich wollte dich gerade schon fragen, Kadi, was wäre denn dein Lieblingsfach? Ich glaube, ich hätte voll Bock, mich irgendwie um irgendwelche lustigen Tiere zu kümmern. Am Anfang sind es ja, glaube ich, nur Flubberwürmer. Also man fängt an mit so kleinen, harmlosen Tieren und je weiter das Schuljahr und die Schuljahre dann fortschreiten, desto schlimmer werden die Tiere. Aber Tiere sind doch cool. Obwohl sie dich umbringen können. Heute nehmen wir den Tornado-Schwein-Alligator uns vor. Kadi, machst du das? Ja. Und jetzt wird es so ein bisschen esoterischer, noch esoterischer. Weitere Wahlfächer sind alte Runen zum Beispiel. Das Fach Wahrsagen. Ja. Dann gibt es noch Muggelkunde. Faszinierend, dass die das nicht früher machen. So die restliche Welt kennenlernen da draußen. Und das finde ich mega spannend. Arrhythmantik. Das ist Wahrsagen mithilfe von Zahlen. Das ist doch komplett sick, Alter. Wenn wir jetzt aber auf diese Muggelkunde eingehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wie lange in der Schule? Gefühlt 40 Jahre. Und habe nie was zum Beispiel über China gelernt. Dafür jedes Jahr mindestens einmal das Dritte Reich. Also es ist auch in der Realität nicht ungewöhnlich, dass man andere Kulturen und was anderes ist es ja im Endeffekt nicht, auch wenn sie da ein bisschen verbreiteter ist, nicht kennenlernt. Das ist zwar bescheuert, aber... Ich stelle mir das super lustig vor, als Muggel dann zu Muggelkunde zu gehen. Das ist dann so wie, ja, dieses Beispiel, wie erklärst du denn Aliens irgendwelche Sachen auf der Erde und erst dann merkst du, wie bescheuert das eigentlich ist. Erklär mal einen Fernseher. Erklär mal die Funktion von Gummienten. Am Ende weißt du es selber nicht mehr. Ja, oder von Kiffen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Erklär mal einem Alien, warum du kiffst oder was das ist. Um meinen Geist zu erweitern. In andere Sphären zu schicken. Ich glaube, das verstehen die. Also spätestens nach zwei Jahren Zaubertragunterricht haben die die Grundsätze dessen verstanden. Wenn du den ganzen Denfer eingeatmet hast. Ja, es gibt ja auch Fälle, wo die irgendein Zeug trinken und davon irgendwie Mischugge werden. Der Zaubertragunterricht selber ist aber auch super gefährlich. Oh ja, da sind wir ja schon beim, da tasten wir uns langsam zum Kernthema unserer Show vor. How to survive Hogwarts. Der Zaubertragunterricht ist gefährlich. Warum? Wenn du was Falsches zusammenmixt, oder? Ja, ich habe einfach schon daran gedacht, wie war damals der Chemieunterricht. Du durftest halt irgendwie nicht mal irgendwie anfangen, irgendwas, den Bunsenbrenner anzumachen, wenn du nicht schon deinen Kittel und deine Schutzbrille aufgesetzt hast. Und in Harry Potter stehen die da einfach um so einen brodelnden Kessel bei offenem Feuer. Und ja, mal sehen. Schmeiß einfach irgendwas rein. Hol dir da was hinten aus dem Giftschrank. Ist egal. Und wenn was schlecht wird, dann musst du es am Ende trinken. Ist auch mal was richtig schief gegangen? Ich wette bestimmt. Ich überlege gerade, was irgendwie in dem Film war. In dem Film wurde es, glaube ich, gar nicht so dargestellt. Slughorn hat doch mal seine Leute in der Halbblutprinz da hier verkorkten Tod. Ne, verkorksten. Nein, wie heißt das denn hier? Verkorkten Tod. Ein verkorkten Tod halt irgendwie zaubern, äh, braun lassen. Wenn du da saßt und so, ah ja, perfekt, nur ein Tropfen würde. Wenn er dann so ein kleines Blättchen reinschmeißt, was so so schrumpelt, wenn er dann noch sagt, so ja, ein Tropfen könnte uns alle im Raum unten. Und Harry hat aber so einen richtigen, so einen Familieneintopf da gekocht, weißt du? Dann denkst du, ja geil, alles klar. Ruf den Schulhof zusammen. Heute gibt's Bohle, weißt du? Boah, bester Chemieunterricht. Ja, oder wir haben es ja vorhin schon gehabt. Slughorn hat ja auch diese, diese, diese Rape-Drug, diese, diese, diese Droge denen gegeben. Also das haben wir jetzt vorhin ein bisschen weggelacht. Aber das ist brutaler Scheiß. Diese Liebestränke meinst du? Dass das einfach im Unterricht einmal beigebracht wird und dass du es überall kaufen kannst, legal. Ja. Das ist völlig normal in der, ja, Welt von Harry Potter. Was ich gerade schon mal kurz meinte, es gibt ja auch diesen, diesen Felix Felike, heißt der, glaube ich, dieser Trank, den man bei Slughorn da mal gewinnen konnte, für den besten Zaubertrank. Und wenn du das trinkst, hast du einfach Glück. So, und zwar so richtig pervers Deadpool 2-mäßig. Und das, das Zeug ist, also wie das beschrieben wird, also so stelle ich mir die Wirkung von Ecstasy vor, nur dass es tatsächlich funktioniert. Und das Zeug ist halt wahnsinnig mächtig. Wenn die das alle saufen würden oder wenn das in großer Produktion hergestellt werden würde, und das kann man ja mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad, wäre zum Beispiel die Geheimhaltung überhaupt nicht notwendig, weil denen nie irgendwas passieren würde. Ich glaube, es wurde so ein bisschen genervt. Ich weiß nicht, wo es geschrieben wurde, aber dass du es halt nicht die ganze Zeit trinken würdest. Ja. Das wurde schwächer. Genau, das hat den Balance durcheinander gebracht, das Harry-Potter-Kosmos. Ey, das ist brutal. Das hatten wir bei den Avengers, bei Scarlet Witch schon. Das klingt jetzt auch so witzig. Ha, ha, ha. Dann hast du halt mehr Glück. Das bedeutet faktisch, dass du die Regeln der Wahrscheinlichkeit manipulierst. Das ist viel mächtiger, als durch Raum und Zeit zu reisen, in irgendwelche Sternensysteme zu fliegen. Damit manipulierst du im Prinzip die Existenz selbst. Das ist krank, Mann. Ich finde es total geil, dass sich auch dieses ganze Schulsystem und die Lehrer, dass die sich überhaupt so lange gehalten haben. Stell dir mal vor, du bist echt der Ficker in Kräuterkunde. Du kannst dir den geilsten Scheiß, ich meine, heute haben wir es Darknet, heute kannst du deinen Stoff, wenn du irgendwas möchtest, kannst du dir über das Internet halt irgendwie bestellen. Aber da, wenn du halt den neuen heißen Scheiß halt irgendwie da zusammenbrauen kannst, der dich, weiß ich nicht, glücklich macht und super, keine Depressionen mehr, keine Schwindsucht mehr oder irgendwas. Du könntest im Prinzip von heute auf morgen, würden die mit den Menschen kooperieren, könntest von heute auf morgen wahrscheinlich das Krebsmittel dir da zusammenbrauen mit deinem Scheiß, den du da hast. Klar. Das ist wahrscheinlich schon passiert, aber die Zauberer sind halt so muggelfeindlich, dass sie es nicht zulassen. Die sind so, wie die Verschwörungstheoretiker denken, unsere Pharmaindustrie wäre. Ja. Genau, Aspirin ist eigentlich eine Erfindung aus Harry Potter, hat Snape gemacht. Ja, und die haben längst das Krebsmittel, aber das kriegen nur die reichen 10.000. Ja. Jetzt wird es langsam ernst. How to survive Hogwarts. Tödliches Hogwarts. Es gibt im Internet einen Riesenhaufen von Listen, wo die tödlichsten Dinge von Hogwarts beschrieben werden. Also das ist kein Thema, über das nur wir die Kack-und-Sach-Geschichten jetzt in Kooperation mit Cold Mirror philosophieren, sondern die möglicherweise geringe Chance zu überleben in Hogwarts beschäftigt die Menschen. Bevor wir die einzelnen Dinge durchgehen, Kalli, bist du davon überzeugt, dass Hogwarts wirklich ein gefährlicher Ort ist? Schon. Also ich meine, es kommt immer wieder vor, es zieht sich die ganzen Bücher überdurch, dass irgendwo hinter jeder Ecke aus Spaß der Tod lauert. Also geh da lieber nicht hin. Wird dann so mit dem Augenzwinkern im Nebensatz irgendwie erwähnt. Aber wenn man sich das mal alles irgendwie zusammenfügt, dann lauert wirklich hinter jeder Ecke der Tod. Du musst ja nur eine Treppe hochsteigen und kannst schon irgendwie, du musst nur auf den falschen Absatz oder sowas treten und stürzt in den Tod. Und keine Ahnung, nimmst den falschen Korridor und wirst von einem dreiköpfigen Hund gefressen. Du hast es gerade als erstes angesprochen, das Treppenhaus. Allein die Treppe, die muss sich nicht mal bewegen, ich würde sterben. Wenn es keinen Aufzug gibt, was, wenn ich mal irgendwas mit dem Fuß verknackst habe oder so. Oder was, wenn ich einfach keinen Bock habe, Treppen zu gehen. Der Erste in Hogwarts, der nicht totgezaubert wurde, verstümmelt wurde oder sonst wie verschwunden ist, sondern einfach der an kardiovaskulären Problemen einfach auf der Treppe verreckt ist. Genau. Kaddi hat Herzkasper gekriegt auf der Treppe. Sie musste in den siebten Stock gehen ohne Aufzug. Seid ihr bescheuert? Und ihr Geist versucht heute noch da hochzukommen. Oder wenn einer abends halt versucht, irgendwie in den Gängen. Weißt du, hast einen Schlafwandler, der wandelt halt da abends durch die Gänge und nächsten Morgen, wenn die ganzen Schüler zum Unterricht wollen, hast du da so einen Schüler, der so von zwei Treppenabsätzen so zerquetscht wurde. Alter. Also, ich zähle jetzt die Todesarten mal mit. Wir hatten Kaddi mit einem Herzkasper. Einfach nur durch körperliche Überanstrengung. Durchgehen. Tod durchgehen. Dann hatten wir Tod durch Stoß natürlich. Fällst halt runter. Und dann hatten wir Richard, der zerquetscht wird zwischen diesen Treppenteilen. Sind wir schon bei drei Todesarten. Du kannst unterwegs locker noch verhungern, weil das wie so ein Labyrinth funktioniert. Du rennst halt die ganze Zeit im Kreis. Was? Ja, dieses Treppensystem ist ja nirgendwo ausgeschildert. Du weißt ja nie, wo sie landet. Nee, ernsthaft? Ja, du bist ewig unterwegs. Das ist ja der Gag daran. Total super lustig. Und dann willst du einfach nur zum Unterricht oder einfach nur ins Bett abends. Du bist Stunden unterwegs. Das kommt als Schüler von Hogwarts relativ häufig vor, dass jemand deswegen zu spät kommt. Du musst als Schüler von Hogwarts immer mit so einem Rucksack, mit so Campingausrüstung immer los tabern und so einer Dose Bohnen, damit den Tag übersteht. Weiß man, welcher Barbar das Ding entwickelt und gebaut hat? Keine Ahnung. Bestimmt ein Vorfahre der Weasleys. Stimmt, die Hufflepuffs. Oh, ihr müsst da die Treppe hoch. Ihr wollt unbedingt einen Turm. Ich glaube tatsächlich, die Idee mit den Treppen, glaube ich, kommt wirklich von den Hufflepuffs. Weil ich meine, irgendwann mal gelesen zu haben, dass die Hufflepuff-Dame, die Helga Hufflepuff, eben weil sie so pro alle Schüler, alle Leute halt sind und die Treppen ihre Richtung nämlich verändern, dass so viele Leute wie möglich zusammenkommen. Halt einfach. Dass du dich halt verläufst und plötzlich, ach, du auch hier. Oh mein Gott, ein Mensch. So, weißt du, diese... Das ist so wie in der Schule. Ah, du musst jetzt nicht mehr neben deiner besten Freundin setzen. Du musst jetzt auch mal neben andere Leute setzen. Andere Leute kennenlernen. Nein. So viel soziale Energie habe ich nicht. Ich möchte einfach nur diese eine Person kennen und mögen. Ja, jetzt habe ich mich an die eine Person, die mir gewöhnt, die meine weirden Neigungen versteht und ihr wollt mich wechseln. Echt? Das hätte denn irre. Cardi, was ist deiner Meinung nach das gefährlichste in Hogwarts vermutlich, ganz spontan? Hast du eine Idee? Neben der Treppe irgendwelche weirden Kreaturen, die zum Beispiel im Wald lauern, aber die auch einfach zu Hogwarts hingehen können oder die irgendwie eingeschleppt werden von irgendwem. Hagrid. Ja, der verbotene Wald, ne? Betreten ist den Schülern verboten, steckt ja schon im Namen und da drin haust halt allerlei Kreaturenzeug vom harmlosen Einhorn bis zu den Zentauren, die immer so ein bisschen angepisst sind, bis zu Riesenspinnen und Wehrwölfen. Das ist ein geiler Wald. Wahrscheinlich auch normale Wölfe. Gehst du im Herbst nicht in den Pilze? Ich glaube, die normalen Wölfe, die werden da gefressen, Alter. Die sind da die Kaninchen, ey. Vielleicht auch normale Spinnen. Ja, schlimm genug, ne? Nee, ich glaube, normale Spinnen gibt es so, die kommen wir in Teil 2 vor. Ja, aber was da halt da in, ja, die sind schon nicht, die sind so Trabi-groß, ne? Die ollen Spinnen da. Nee, da gab es ja vorhin noch so ganz viele kleine, die alle in den Wald gerannt sind zu den Trabi-großen Spinnen. Dann gibt es ja hier diesen Aragog, der dann halt so mega riesig ist, aber der ist da ja eigentlich auch nicht heimisch, denn dann hat Hagrid da ja praktisch eingeflogen. Aber ich habe mich auch immer gefragt, das war witzigerweise, ich habe ja panische Angst vor Zecken zum Beispiel. Was heißt panische Angst? Ich mag halt Zecken halt einfach nicht, ne? So die Vorstellung, dass die mir irgendwo hängen und da mein Blut saugen. Nee, so Zecken... Das ist auch so eine geile Aussage, Richard. Ich mag Zecken halt nicht. Ich schon. Ich liebe Zecken. Zecken finde ich richtig gut. Aber ich weiß auch, als ich den zweiten Film... Eine Zecke ist mein Patronus. Das ist mein Krafttier. Ja, genau. Ich bin im Sternzeichen der Zecke geboren. Nein. Nee, aber jedenfalls... Jedenfalls, ich habe mich halt beim zweiten Film aber schon gefragt, weißt du, wenn die Spinnen schon so bombastisch groß sind. Ich will nicht wissen, wie da im Sommer die Zecken da irgendwie... Weißt du, wenn da eine Zecke sich vom Baum fallen lässt, die erschlägt dich doch bestimmt einfach nur. Oder wie sie mit Blut vollgesaugt ist und einfach so ein fetter Medizinball, so ein Gummiball voll mit Blut. Hey Harry, hast du da einen dritten Roden? ich war eine Pilze. Ich frage mich beim... Ganz ehrlich, ich frage mich beim Verbotenen Wald, wurde der Verbotene Wald rund um Hogwarts erschaffen oder wurde diese Schule, in der Kinder lernen, neben den Verbotenen Wald gesetzt? Und ich frage mich, welche dieser beiden Varianten perverser ist und dümmer. Naja, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es das Ding halt... Wann spielt Harry Potter in den 90ern? Also irgendwie so Ende der ersten Jahrtausendwende oder zu Beginn der ersten Jahrtausendwende irgendwie gebaut wurde, dieses Schloss. Ich glaube, da gab es auch... Da war England ja noch nicht so richtig erschlossen. Die haben einfach irgendwo ein Schloss hingestellt und da war halt ein Wald. Anfang der 2000er... Nein, der ersten Jahrtausendwende, der Jahrtausendwende, Alter. Um 900 herum. Genau. Da war halt überall Wald. Und dann haben die halt ein Schloss da hingestellt und da war halt... Ich glaube, das ist jetzt quasi eine Art Naturschutzgebiet. Also einfach, um auch diese Tiere und Wesen, die da drin sind, zu schützen vor Muggeln und dann hat man eben diesen Wald. Ja, und das ist vorher überall Wald gewesen und jetzt ist es dieses kleinere Gebiet geworden. Wie kann man im verbotenen Wald sterben, gefressen werden? Klassiker? Ein Einhorn piekst sich tot mit seinem Horn. Ich glaube nicht, dass Einhörner die süßen, pferdemäßigen Tiere sind, die sie immer dargestellt werden. Das merkt man aber... Ich glaube, es sind grauenvolle Wesen. Ja, das merkt man aber. Ich habe in irgendeinem Schwachsinn-Wiki mal gelesen, dass Einhörner eine anale Fixierung haben. Das heißt, sie wollen dich mit ihrem Horn nur am Arsch aufpießen. Was? Was hast du denn Wikis, bist du unterwegs? Ey, bei der Recherche zu solchen Sachen findet man so geiles Zeug halt einfach so. Alleine, wie gesagt, ich finde immer noch von den Zentauren immer noch diese Vorstellung so geil, weil Babypferde, Jungpferde, zwei Minuten nach der Geburt können die gehen. Wir Menschen können nicht mal ein paar Monate nach der Geburt können wir nicht mal unseren eigenen Kopf heben. Also das muss sehr interessant aussehen, wenn die losgaloppieren und diese Babykörper und so schlap, schlap, schlap. Weißt du, nur die Harten kommen da in den Garten. Die haben Rückenmuskeln mit einem Jahr, da wirst du von träumen. Also wir haben gefressen. Und werden sie von den Pferdenippeln gesäugt oder von den menschlichen Nippeln? Ey, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage. Ja man. Ich bin übrigens mit diesen Einhörnern, also ich glaube, ich sehe das genauso, die sind super gefährlich. Wir kennen das ja aus der Natur, die schönsten Wesen sind meistens die giftigsten oder gefährlichsten, weil die entweder diese bunten Farben oder in dem Fall eben dieses silberne Weiß anlockend für Raubtiere, also dass es ein Raubtier ist und es soll Beutetiere anlocken oder halt eben andere Tiere fernhalten, aber da die nur weiß und schön und gülden und glitzern und glücklich machen mit silbernem Blut und so einen Scheiß, sind das wahrscheinlich richtig üble Raubtiere. Ich habe jetzt gefressen werden, aufgespießt werden, ist noch sehr konservativ, wahrscheinlich in Sachen Todesarten im Wald, da lauert wahrscheinlich noch einiges mehr. Du kannst von einem Auto überfahren werden seit 1994. Wo sind denn da scheiß Autos? Wo sind denn da scheiß Autos? von den Weasleys lebt in diesem Wald. Ja, das wird ein eigenes Leben entwickelt. Oh, ich denke mir halt auch mal, ich weiß ja nicht, ob die Weasley-Brüder zum Beispiel auch in ihren ganzen Scherzartikel, die sie vertreiben, halt auch einen Schutzmechanismus eingebaut haben. Aber was ist denn, wenn du so eine Kotzpastille zu viel isst, dann stülpst dann Dehydrierung, wenn es oben und unten den ganzen Tag rauskommt. Nebenwirkungen? Schon mal was von gehört? Ja, ja, Mann. Stell dir mal vor, du willst dich umbringen. Das hat zwar nichts mit dem Ball zu tun, aber ja. Du isst die ganze Packung auf einmal und hast direkt Pestbeulen, Kotze, Bündchen. Ja, so Mutproben unter Schülern, die halt sagen so, ja, pass auf, wir haben hier die Todesbox, das haben die zusammengestellt, wie bei das Parfum sind, so zwölf Pastillen, die du auf einmal fressen musst. Und dann hast du halt so Rülpsen, Furzen, Niesen gleichzeitig und dann kollabiert deine Lungen. Scheiße, ey, dann kackst du aus deinen Poren. Das ist... Leute, jetzt reicht's hier aber. Das ist legitime Todesart, Fred. Natürlich, ganz klassisch, du kannst dich auch vom Astronomietum stürzen, du kannst dich ja hängen. Es gibt bestimmt auch einen Zauber, der dir die Pulsadern aufschneidet, also sowas geht's bestimmt auch. Sektum Sempra. Ja. Was war das nochmal? Ja, so heißt der ja. Schneiden. Das hat Harry im Buch des Halbblutprinzen gefunden, gegen Feinde. Und das hat er dann direkt an Draco ausprobiert, der dann im Jungs-Klo in einer Pfütze elendig verblutet ist, beinahe. Der Aufschlitz-Zauber. Ja, Rektum Sempra. Den Snape erfunden hat. Rektum Sempra. Rektum Sempra. Direkt Arschbluten gekriegt. Alter. Schnell, holt ein OB. Bitte, Leute. Bitte. Auf die Krankenstation mit ihm, wie so. Sagen wir nachher. Holt einen Riesn-Tampon. Nicht nur im verbotenen Wald, sondern auch innerhalb der Gemäuer Hogwarts lauert fieses Viechzeug. Ich habe gelesen, dass aktuell in Anführungszeichen über 20 Geister und Poltergeister anwesend sind in Hogwarts. Geht von denen eine Gefahr aus? Eigentlich nicht. Sie können ja nicht richtig mit den Lebenden interagieren. Aber du musst halt, glaube ich, aktiv ein Zauber wirken, um überhaupt ein Geist zu werden. Okay. Oder halt, es muss dich irgendwas an die lebende Welt binden. Also ein großer Hass oder eine große Trauer irgendwas. Oder eben, wie gesagt, irgendwelche besonderen Flüche oder sowas, die du selber machst. Aber da haben wir wieder das... Das sind alles super tragische Geschichten. Es sind nicht einfach so lustige Geister, sondern jeder Geist, der da ist, hat irgendwie eine richtig traurige Geschichte. Außer dem Geschichtslehrer. Ja, aber... Genau, der ist einfach nur langweilig. Als Todesursache für die Schüler haben wir da wieder Herzstillstand. Stell dir mal vor, einer erschreckt dich zu Tode. Gehst du irgendwo abends durch die Bibliothek, plötzlich kommt da der fast kopflose Nick und du kackst dir erstmal ein, ey. Okay, definitiv. Es gibt ja auch diesen blutigen Baron, der wohl irgendwie echt ein Arschloch sein muss. Ich weiß zwar nicht, ob er dir was antun kann, aber wenn der, naja, blutig und rumbaront, dann erschrickst du dich vielleicht auch zu Tode. Rumbaront? Ja, klar, sei denn. Also Polter... Es steht explizit im Harry-Potter-Wiki Geister und Poltergeister unten. Als Poltergeist versteht man eigentlich einen Geist, der physisch mit seiner Umwelt interagieren kann. Ja. Ja, das ist ja der Geist Peeves, der in den Filmen überhaupt nicht vorgekommen ist. Oh, erzähl, erzähl. Also es gibt ja den Poltergeist Peeves oder so, der dann irgendwie, keine Ahnung, Klassenräume durcheinander macht und die Schüler immer ärgert, so will die Lehrer auch. Und die einzigen Leute, mit denen er sich versteht, sind Fred und George Weasley, die ja selber so ein bisschen, ein bisschen, ne, lustige Leute sind. Dass sie selber auch Poltergeister sind. Genau, das werden sie bestimmt irgendwann, wenn sie sterben. Das stelle ich mir aber total gemein vor. Stell dir mal vor, du bist in Hogwarts und wirst gemobbt und bist so leicht depressiv, irgendwie so hast richtig beschissenen Tag da halt auch irgendwie und dann kommt da auch noch Peeves, dann findest du das voll witzig, jetzt vor allen Leuten so deine Bücher fallen zu lassen oder die Hose runterzuziehen oder so. Das kann Menschen fertig machen, sowas, Alter. Also genau das passiert in Harry Potter 2. Die maulende Myrte rennt gemobbt und traurig aufs Klo und wird da von Peeves verarscht und stirbt dann durch den Basilisken. Also genau das passiert da. Ja, ja. Das ist ein scheiß Kackmann. Der ist nicht lustig, also der ist schon relativ gefährlich. Also für uns als Leser ist der natürlich witzig, aber der ist schon relativ gefährlich. Ich fand den nie witzig, weder im Buch noch im Hörbuch noch im nicht vorhandenen Film, wo er gar nicht vorkommt. Ich fand den immer scheiße, er hat mich immer so genervt. Ja, das ist echt eine richtig üble Drecksau. Der hat die auch schon einige Male richtig in Schwierigkeiten gebracht. Gut, ich notiere hier mal Tod durch Geistermobbing. Ja, finde ich einen legitimen Grund. Ich meine, jemand, der ein bisschen zartbeseiteter halt irgendwie ist, den kann das richtig fertig machen, Alter. Wisst ihr, dass diese... Der Typ ist echt übel. Wir sind jetzt bei elf verschiedenen Todesarten und wir waren beim Wald ja noch sehr konservativ. Der Titel der Sendung ist falsch gewählt. How to Survive in Hogwarts ist der falsche Titel für die Show. So, How to Die in Hogwarts. Das ist der Titel dieser Show, Leute. Ich glaube, das ist auch der einzig legitime Grund, warum es diese Schule gibt, oder? Die Schüler kommen da hin, die sind einer permanenten Gefahr halt irgendwie ausgesetzt. Die lernen da nichts Anständiges, obwohl es ein Astronomietum gibt. Nee, ist halt wirklich geil. Die lernen aber halt irgendwie aus T-Sätzen zu lesen. Das sind nämlich so, weißt du, die, die es in Hogwarts verkacken, die kommen in unsere Welt und werden Heilpraktiker. Und die kommen in diese Schule, sind dort permanenten Gefahren ausgesetzt, was ja auch in der Welt ja auch Sinn macht. Jetzt schlage ich endlich mal eine Bresche für die Schule, denn dafür ist die da. Die bereitet die auf die Zauberwelt vor, weil die ich prinzipiell in der Zauberwelt hat, auch außer du bist im Ministerium, bist eine Schnarchnase, alles einfach töten kann. Also wenn du Hogwarts überlebst, dann überlebst du es auch in der harten Welt. Ja, also ich finde, das bereitet einen besser auf das Leben vor, als es unsere Schulen tun. Also dass ich jetzt ein spanisches Gedicht interpretieren kann, bringt mir auch nichts, wenn ich mal eine Steuererklärung machen soll. Aber wenn ich halt lerne, wie ich einem Werwolf irgendwie ein Flock ins Herz ramme, bringt das irgendwie mehr als der dritte Dreisatz. Du lernst einem Werwolf ein Flock ins Herz zu machen, hast du aber nicht aufgepasst. Eben, weil ich nicht mehr in der Schule war. Ganz kurzes Add-on, Richard. Haben wir bei Underworld gelernt? Die gibt's. Kurzes Add-on. Ich habe vorhin bei den Hauptfächern Astronomie tatsächlich vergessen. Es gibt in der Erstausgabe des Buchs Harry Potter und der Feuerkelch gibt es einen Übersetzungsfehler. Da wurde es nämlich mit Astrologie übersetzt. Also Astrologie ist ja das in der Fernsehzeitschrift, womit man die Zukunft voraussagen will. Astronomie ist das, wo man Himmelsgestirne wirklich seriös beobachtet. Und tatsächlich lernen die in Hogwarts das Seriöse, also die Beobachtung von Himmelskörpern. Ja, total geil. Hier, guck ins Teleskop, damit du den Mond besser sehen kannst. Warum? Lunarer Nadranos. Und dann holt er sich den Mond so näher ran, löst die totale Katastrophe auf der Erde aus. Die ganzen Weltmeere überschwemmen alles. Leute können nicht mehr schlafen. Das passiert jeden Donnerstag. Ja, also bei den Geistern waren wir uns gerade einig, dass die meisten davon relativ harmlos sind, meistens. Es gibt ja dann auch noch ein paar echt fiese, ich sag mal physikalische Viecher hinter den Mauern Hogwarts. Zum Beispiel Fluffy. Der dreiköpfige... Der Cerberus. Der dreiköpfige Hund, inspiriert durch den Cerberus, der in der griechischen Mythologie den Zugang zur Unterwelt bewacht. Was wissen wir über Fluffy? Fluffy war irgendwann mal ein ganz niedlicher, kleiner, dreiköpfiger Hund. Und wurde wahrscheinlich von Hagrid Fluffy genannt. Genau aus dem Grund, warum wir irgendwie unsere Tiere Flauschi oder sowas nennen. Er fand ihn total niedlich. Ja. Und er sollte ja in Hogwarts den Stein der Weisen beschützen. Er wird aber total scheiße gehalten. Also es ist wirklich ein gigantisch, riesiger, großer Hund. Und er hat halt so einen Raum für sich, aber er kann sich nicht mal umdrehen. Also es ist wirklich... Der Hund sitzt in dem Raum, bewegt sich nicht. Ich weiß auch nicht, wo er hinkackt. Macht er dann so riesige Hundehaufen? Muss er die dann immer so in so einem kleinen, in so einem riesigen Plastiksack raustragen? Nee, nee. Nee, da ist dann wahrscheinlich... Jede Woche hat dann einer, der Zauberlehrer hat dann so... Die haben so ein Rotationsprinzip. Einer hat dann Fluffy-Dienst. Das ist der Fluffer. Fluffer am Pornosat sind die, die anblasen. Danke für die Erklärung, Richard. Das weiß vielleicht nicht jeder. Das habe ich mich immer gefragt. Dankeschön. Nee, aber wie gesagt, einer hat dann Fluffer-Dienst und da ist dann Snape dran, muss dann da tierisch wiesgelaunt zu dem Hund rein und zaubert dem einfach die Scheiße direkt aus dem Darm raus. Das kann sein. Und die... Pass auf, und durch den Bewachter diese Falltür, weil wenn du die Falltür aufkommst, dann drunter diese Merktür... Ja, weil da sind ja diese Pflanzen drunter. Vielleicht ernähren sich diese Pflanzen von Scheiße. Kann ja sein. Dann ist es nur logisch, dass sie drunter sitzen. Das sind gar keine Pflanzen, das sind die ganzen Würmer an der Scheiße. Genau deswegen hat Voldemort keine Nase mehr, ne? Durch eine Ungenauigkeit beim Zaubern reappariert dieser Scheißhaufen dann direkt in deinem Schlafzimmer. Ich notiere hier ersticken durch Scheiße. Stell dir mal vor, ey. Und wie war das hier an Hogwarts? Ey, glaub nicht, was einen Tag passiert ist, Alter. Und gerade ins Bett geht plötzlich der ganze Zimmer voller Scheiße. Ich wollte gerade ins Bett gehen. Oh Gott, ey. Fluffy ist sehr wild, kann aber mit Musik eingeschläfert werden. Das ist ein echt beschissener Wachhund. Ich glaube, es geht aber auch auf den Mythos von Cerberus zurück, der auch irgendwie mit Musik eingeschläfert oder abgelenkt werden konnte. Stimmt, macht Orpheus das nicht? Ja. Wir hatten ja eine legendäre griechische Mythologie-Folge hier bei den Kack-und-Sach-Geschichten. Über den Cerberus im Detail haben wir jetzt nicht gesprochen, aber wirklich kann man den mit so einem Cheap Trick ablenken? Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Also es ist nicht original J.K. Rowlings Idee gewesen, die Idee von diesem dreiköpfigen Hund oder überhaupt dreiköpfigen Tieren. Tausend Tiere mit tausend Köpfen und Schlangenköpfen, was weiß ich. Und die sind dann auch alle miteinander verwandt. Also da müsste die Griechen fragen. Ja. Oh, da ist ja was gedroppt. Nicht das Einzige, wofür man die Griechen beschuldigen darf. Hm. In Sachen Storytelling. Storytelling. Hm, Orgien und Insist. Der Original hatte, der hatte auch 50 Köpfe, ne? Normal. Ja, es wandelt irgendwie. Hundrünstigen, den des Haares 50-kopfigen Hund mit Kupferstimme. Wow. Was auch immer das bedeutet. Na gut. Viele Grüße an die Hacker-Toncheiren. Das sind die eigentliche Weirdos. Fluffy ist auf jeden Fall ein heftiges Ding. Gefressen werden haben wir ja schon vorher gehabt. Ersticken in Scheiße ist neu dazugekommen. Hagrids Bestiarium allgemein ist, also das wird auch so in den Filmen weggegrinst. Hoho, das ist halt der große Typ, der sich anzieht wie ein Obdachloser. Heute Hipster genannt. Ja, und der, ja, heute würde Hagrid mit dem Fixie-Bike über die Schanze in Hamburg fahren. Und so vorsichtig vapen. Und Hagrid hat da einen Haufen Tiere am Start, die interessant, aber auch gefährlich sind, wie zum Beispiel diesen Hippogreif, den wir auch in den Filmen sehen, wo es die Schulstunde mit dem Hippogreif gibt und wo uns als Zuschauer definitiv gezeigt wird, das Ding kann gefährlich werden. Ja, das schlitzt Malfoy ja sogar den Arm auf. Und Hagrid sagt auch, dass die Viecher dich umbringen, wenn du die falsch behandelst. Wer ist da nochmal Seidenschnabel, ne? Ja. Also mit seinem Schnabel ist nicht zu spaßen. Angeknapst werden von seinem Fuß, du kannst angeknapst werden von seinem Schnabel. Also ich meine, wenn normale Vögel können die ja schon den Finger abtrennen und der ist so riesengroß, der kann ja einfach mal so den Kopf abbeißen. Ja. Ja. Angeknapst. Ja, oder du fliegst mit ihm und fällst dann einfach runter. Aber ja, Fallen hatten wir ja schon. Finde ich aber mitunter das einzig wirklich geile Unterrichtsfach, was die da haben bei Hagrid. Ja gut, Verteidigung gegen die dunklen Künste ist jetzt noch richtig, weil da zufällig nur mal auch ein, naja, kann schon sagen, antisemitischer, nasenloser Typ da rumrennt. Aber dieses, wie heißt denn das Fach nochmal, was Hagrid unterrichtet? Tierkund? Pflegemagischer Geschöpfe. Ja, mega geil, ey. Ja, deswegen, das wäre auch mein Lieblingsfach. Ich hätte voll Bock drauf, selbst wenn ich getötet werde. Ja, ey, hier, Aragog, Aragog, an diese Spinne kann ich, diese Riesenspinne Aragog. War die im dunklen Wald oder war die da bei Hagrid auf der Farm? Das weiß ich gar nicht mehr. Die hat Hagrid gefunden und großgezogen und das war ja auch der Grund, warum er aus Hogwarts rausgeschmissen wurde. Ehrlich? Er wurde ja falsch beschuldigt damals, dass angeblich durch die Spinne die maulende Myrte gestorben ist, glaube ich. Also es gab ja einen Mord in der Schule, wo man dann später festgestellt hat, natürlich war das Voldemort und ja, aber Hagrid wurde fälschlich beschuldigt und nachdem dann rausgefunden wurde, hey, das war Voldemort, wurde er ja trotzdem nicht wieder eingestellt. Also er musste dann weiterhin außerhalb von Hogwarts bleiben und musste weiter sein Außenseiterleben führen. Bei Hagrid auf der Farm. Ja, das ist Hagrid der Dr. Dolittle des Hogwarts-Universums. Also es ist so, man hat damals schon gecheckt, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wurde und man hat Hagrid die Schuld gegeben durch Voldemort, weil Voldemort war damals Hagrids Schulkollege, also die waren zur selben Zeit in der Schule und der hat halt Hagrid verpfiffen, weil Voldemort wusste, dass Hagrid diese Spinne hat und hat halt schön alles auf Hagrid und die Spinne geschoben und erst Harry und so haben rausgekriegt, dass damit nichts zu tun hat. Selbst Hagrid dachte, dass die Spinne die alle umgebracht hat. Also, oder die Maulmütung, das war glaube ich nur ein Tote. Was frisst so eine gigantische Spinne? Die muss ja jeden Tag mehrere Zentner Fleisch zu sich nehmen. Ich glaube, dass es da schon relativ verlockend ist, mal so einen Ron Weasley oder mal so eine Hermine oder so einen Harry ins Netz gehen zu lassen. Ja, also das sagt Aragog auch. Also irgendwie so Leckerbissen wie ihr kommen hier selten in den Wald. Das kann ich, also ich fresse euch nicht, weil ich das Hagrid aus Liebe zu Hagrid, aber ich kann es meinen Kindern nicht verwehren. Und dann versuchen die, die ja zu fressen. Also das sind schon ziemlich üble Drecksviecher. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn Aragog relativ nett ist. Aber der schmeißt sich ja trotzdem seinen Kindern zum Fraß vor. Wir wissen ja auch, ich weiß nicht, ob es im Subtext war oder ob das Hagrid direkt gesagt hat, dass Aragog Tausende, wenn nicht sogar Millionen Nachkommen hat. Fuck, Alter. Wer ist der Kammerjäger von Hogwarts? Ja, werden die anderen im Leben gelassen? Werden die irgendwann, denn irgendwann ist der Wald ja voll. Da ist es ja auch nur eine begrenzte Fläche. Kämpfen die dann gegen die anderen Tiere da? Werden die vielleicht von Hagrid euthanasiert fies? Könnte ich mir vorstellen. Der ist ja Wildhüter. Vielleicht machen das auch die Zentauren. Die sind ja auch relativ aktiv unterwegs und bewaffnet. Und angepisst. Und angepisst. Grundsätzlich angepisst. Das ist richtig krass. Ja. Ja, ja. Ist das rassistisch? Sind das Native Americans? Wir wissen ja nicht, wo die Zentauren da aus dem Harry-Potter-Universum herkommen, oder? Nein, aber ich meine, so symbolisch. Das sind irgendwie so, die Zauberer sind eindringlich in deren Wald und die schießen mit Pfeil und Bogen und werden so ein bisschen als Himmelsgucker bezeichnet und ein bisschen fernab. Es sind ja auch magische Wesen, aber sie gehen halt nicht nach Hogwarts, weil das einfach so eine elitäre Scheiße ist, weil auch wirklich nur menschliche magisch begabte Wesen dahin dürfen. Elfen, Kobolde und was es da alles gibt, die dürfen da ja alle nicht hin. Es gab ja sogar einen Krieg gegen die Kobolde, die ja die Gringotts Zauberer Bank betreiben und denen wurde verboten, Zauberstäbe zu benutzen. Einfach so. Den Zentaurern. Den Kobolden. Den Zentaurern wahrscheinlich auch. Also wirklich nur Menschen dürfen Zauberstäbe benutzen. Das ist doch krass, oder? Das ist total scheinheilige Scheiße. Das ist so, als würde so eine Kolonialmacht irgendwie so Eingeborene angreifen und ihnen dann verbieten, Feuer zu benutzen. Ja. Ja, das meinte ich ja gerade mit den Zentaurern auch. Also da sind ganz viele so Sachen drin. Also auch Hagrid wegen seiner Halbriesen, wegen seines Halbriesenseins wurde ja auch total ausgegrenzt. Also das ist schon ziemlich elitär, was da passiert. Darf ich da mal die Vermutung äußern? Ich meine, die haben ja nun mal auch andere Wesen halt auch wirklich in dieser Welt. Ist Hogwarts nur eine Abwandlung vielleicht der Hitlerjugend? Oh! Steile These, ja krass. Vor allem einer Engländerin gegenüber. Ne, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es gibt ja auch in Hogwarts selber eher so die progressiven Strömungen und eher die konservativen Strömungen. Ne, warte mal. Ja, aber das Zaubereiministerium, wie wir lernen, übernimmt ja auch irgendwann und dann wird ja Hogwarts wirklich wie unter Dolores Umbridge ja auch zu so wie so einem Unerziehungscamp. Ja gut, aber das war ja nur eine historische Phase. Genau, das ist ja was anderes. Aber Hogwarts selbst, also ja, es gibt da progressivere Schüler, aber nicht im Sinne von anderen Rassen. Also die Einzige, die da ein Fass aufmacht, ist ja Hermine in Teil 4, glaube ich, mit ihrem Wir retten die Hauselfen-Programm und dafür wird die ausgelacht. Und die Hauselfen, die werden wirklich gehalten wie Sklaven. Also das ist nicht so abwegig. Und niemand interessiert sich dafür, dass sie das tut. Krass. Ja, es wurde ja damit begründet, dass die Hauselfen das schon immer gemacht haben und das gewöhnt sind und das auch mögen. Und dann wird, glaube ich, eine Hauselfe befreit, die wie heißt die? Dipsy oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber die wird dann später quasi die Freundin vom Hauselfen Dobby und die ist halt ständig betrunken oder sie ist halt richtig unglücklich, weil sie befreit wurde. Weil sie nicht mehr für den weißen Mann arbeiten darf. Ja, also ist es quasi anerzogen oder ja, ist es wirklich ein innewohnender Drang, den Menschen zu dienen? Ja, das ist komplett sexo. Das glaube ich, weil Dobby hat den nicht. Meine Sklaven arbeiten ja gerne für mich, deswegen ist es in Ordnung. Bullshit. Ja, genau, genau. Krass. Also Hermine sagt das wie gesagt auch, aber ihr hört halt auch keiner zu. Das ist eine weitere Todesart in Hogwarts, diskriminiert werden. Ja, also Ausgrenzung von verschiedenartigen Rassen, Sklavenhaltung von verschiedenartigen Rassen. Ist schon düster, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Man sollte nicht zu viel drüber nachdenken. Scheiße, wir haben schon fast zwei Stunden drüber nachgedacht. Fuck. Ja, dann. Mein Bild von Hogwarts wird immer schlechter. Also etwas, eine Riesengefahr in Hogwarts, auch wenn, das war auch nur eine historische Phase, das ist ja nur eine gewisse Zeit passiert, aber rund ums Schloss waren sogar in der Story relativ lang die Dementoren unterwegs, die ja, korrigiert mich, aber die eingesetzt wurden, um Hogwarts zu verteidigen, nach außen, gegen dunkle Mächte, die aber wahllos jedem die Seele aussaugen, sprich, wenn ein Hogwarts-Schüler denen zu nahe kommt, bist du auch am Arsch. Also, nee, die haben den, also die sind in der Lage, jemandem die Seele auszusaugen, das machen die aber nicht, weil das dürfen die auch nicht und es gibt halt die Situation, dass sie das bei Harry beinahe gemacht hätten und die deswegen auch richtig übel auf den Sack kriegen, wenn Harry sich nicht zeitparadoxonmäßig selbst gerettet hätte, wäre das auch so gekommen, aber die saugen jetzt nicht jedem, die Seele aus, die saugen einem das Glück aus. Das machen die. Wie gibt man einem Dementor auf den Sack? Ja, hast du dich mal gefragt, was unter der Robe ist? Das ist Kopfkoden. Weil die müssen sich ja fortpflanzen, wir wissen, dass sie aber erlegen. Oder du bist so ein Arsch, dass du ihnen erst einen Sack, also die Bestrafung ist, du zauberst ihnen einen Sack und dann hast du einen, der da immer gegenschnitt. Aber Dumbledore sagt ja explizit in der großen Halle, dass die Schüler sich den Dementoren nicht nähern sollen. Also die müssen schon gefährlich sein. Ja, die saugen dir halt das Glück aus, also allein durch ihre Anwesenheit. In den Filmen ist das ein bisschen komisch dargestellt, weil die dann immer so komisch so Dirt Devil mäßig saugen. Aber in den Büchern ist es wirklich einfach nur deren Präsenz, dass dir kalt wird, dass du unglücklich wirst. Und je nachdem, wie traumatisiert du bist, schlägst du halt stärker drauf an oder nicht. Du musst ja nicht mal dadurch sterben, dass sie dir die Seele absaugen oder die ganze Freude. Harry hatte ja die Situation, dass er einmal einem begegnet ist, dass er dann irgendwie den letzten Schrei seiner sterbenden Mutter gehört hat, dass er ein Trauma davon gekriegt hat, dass er seitdem die größte Angst vor Dementoren hat. Nicht vor Voldemort, nicht irgendwie vor sonstigen dunklen Lords, sondern vor der Angst selbst. Ich wollte gerade sagen, und die Antwort auf dieses Trauma ist nicht, geh mal in Therapie, sondern sehr weise, Harry. Deine größte Angst hast du vor der Angst selbst. Danke. Trauma gelöst. Schokolade. Genau. Die Antwort ist Schokolade. Hier frisst Schokolade und jetzt versetzen wir dich immer wieder in den Zustand deiner größten Angst und ich bring dir Zauberspruch bei, dass das wirkt. Bei uns heißt der Ritalinus. Also wenn der Kuss der Dementoren nennt sich das ja, wenn die dir dann wirklich die Seele aussagen und nicht nur das Glück, das kommt in irgendeinem Teil, ich glaube, im vierten oder fünften, in so einer Rückblende, als im Denkarium rumschwimmen, da sieht man das, wie bei einem Prozess jemandem als Strafe die Seele ausgesaugt wird und das überlebst du. Du bist halt danach nur ein Saberner Kratern. Das ist so, als würdest du lobotomiert werden. Scheiße. Das ist auch kein Dasein. Also es ist zwar kein Tod, aber auf jeden Fall der Seelentod. Hm. Ja. Über Scheiße, ey. Mann, alter, Hogwarts ist echt abgefuckt hier. Ich meine, wie... Ich hasse Hogwarts. Na, wie? Echt? Erkläre dich. Ja, wir sind ja, Leute, wir sind ja mit dem nicht cool finden. Ja, die Dementoren, die sind für mich so ein bisschen wie Tretminen. So, die platzierst du um dein Haus rum, um den Feind abzuhalten, aber wenn du selber reintrittst, bist du halt auch gefickt. Ja. Ja, so bist du schon. Aber so, Hogwarts ist ja voll von diesem ganzen Scheiß. Ich meine, es gibt die Kammer des Schreckens, da schwimmt ein riesen Basilisk rum, ne? Wenn du da zu lange bist, da kältest du dich und stirbst an einer Lungenentzündung, ist auch doof. Dann bist du viel einfacheres Opfer. Die Kammer des Schreckens habt ihr vorhin schon erwähnt. Auf Englisch Chamber of Secrets, keine Ahnung, wieso es auf Deutsch dann des Schreckens übersetzt wurde, weil es eine völlig andere Bedeutung, die ist unter einem See auf dem Gelände von Hogwarts, heimlich von Salazar Slytherin erschaffen und dort haust ein Basilisk, der dich mit einem einzigen Blick töten kann. Perfekte Voraussetzungen für eine Schule. Das ist ja original nicht geplant gewesen. Das ist ja alles ein perfider Plan von Salazar Slytherin gewesen. Ich weiß gar nicht, was der Plan ist. Der Plan ist, ich verstecke eine Schlange äh und den Rest überlege ich mir später. Nee, nee, das ist nicht so, genau, das war so ein Plan, als der kleine Salazar Slytherin damals noch zur Schule ging, hat er sich so eine Hausschlange geholt und als sie zu groß wurde, hat er so New York Style dann im Klo versenkt. Weißt du, der hoffnungsproblem löst sich alleine. Das war dann zufällig keine Regelnatter, sondern Basiliskenscheiße gelaufen. Ganz genau. Er hat sich immer nur gewundert, dass er einen Harten kriegt, wenn er einen anguckt, aber dabei war das der Fluch. Damals war die Schlange halt noch zu Ende für. Nee, das Ding ist halt, der Basilisk ist da unten, wer der wahre Erbe Slytherins ist, weil der natürlich mit dem Scheißding reden kann. Nee, 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 also der Plan dahinter war wohl, ich weiß nicht, ob er das jetzt aktiv geplant hat, aber das, was Voldemort gemacht hat und das, was im zweiten Teil propagiert wird, ist, dass der wahre Erbe Slytherins diesen Basilisken decken kann, was dann so rauskommt, dass er halt derjenige ist, der in der Lage ist, die Tür zu öffnen. Also du kannst ja auch nicht kontrollieren oder so, sondern doch, Voldemort kann ihn kontrollieren, aber Harry nicht, obwohl er Parsel spricht. Aber der ist dafür da, die Schlammblüter, wie sie ja genannt werden, also die nicht magischen oder nicht rein magischen Leute umzubringen. Das war der Gedanke der Hände da. Wie auch immer das funktionieren sollte, in seinem ersten Plan, also da hatte ich schon durchaus recht, das macht überhaupt keinen Sinn, der hat da einfach eine Schlange eingesperrt und in der Hoffnung, dass zufällig mal jemand vorbeikommt, der zufällig sein Nachfahre ist und zufällig eine versteckte Kammer findet, in einem Mädchen-Klo, dann funktioniert der Plan. Aber der Gedanke war nicht schlecht. Slytherin war auf jeden Fall genderneutral, das finde ich super. Ja, die Ausführung hakt da ganz gewaltig. Noch dazu ist halt einfach so, wir haben ja Bilder von diesem Schloss ja auch gesehen, wo bitte hat sich da so ein sechs Meter dickes oder hohes Schlängelchen halt irgendwie immer durchgewälzt. Durch die Rohre. Ja, so dicke Rohre braucht kein Mensch. Was haben die denn in Hogwarts für Stuhlgang, Alter? Ja, das ist schon das Fluffy-Scheiße dann, wenn die dann doch mal weggespült wird. So lösen die das mit übertrieben großen Rohrleitungen. Super Mario spielt im Harry-Potter-Kosmos. Das ist der Klempner, der denen die Rohrleitungen fixt. Ja, ich meine, das musst du überlegen, als ob durch Hogwarts, ich meine, wie viele Schüler gehen nach Hogwarts? Das wären im Jahr oder pro Klassenstufe, was wären das seien? Also 400, 500 vielleicht mal? Nee, viel weniger. Ich meine, Schüler, die da wirklich auf der Schule sind. Echt? Also insgesamt. Du müsstest ja wirklich die Scheißemenge in der ganzen Kleinstadt da halt irgendwie tagtäglich durchrammeln. Also da würden die auch nicht mal in so einem schönen schottischen See sitzen, sondern der ganze See wäre voll mit Kacke. Eigentlich einfach nur. Ja, aber man würde von diesem merkwürdigen Wesen in dem See sich ja lernen. Ja, genau. Eigentlich die ganze Harry-Potter-Welt beruht nämlich darauf, eigentlich entweder halluzinieren die, weil die von der Scheiße in Hogwarts halt so voll gedampft sind oder alles drumherum ist halt magisch, weil es ist mutiert. Weißt du, der verbotene Wald, die ganzen Viecher, die da sind, die trinken aus dem See, die mutieren an der Scheiße und deswegen werden die dann halt einfach so. Oh, Richard, hast du eigentlich eine krasse anale Fixierung? Richard, jetzt übertreibst du maßlos 400 pubertierende Jugendliche, 10 Lehrer, ein paar Haus-, ein paar Geisterlehrer und ein paar Viecher. Das ist ja keine Kleinstadt. Das kriegen die in einer Güllegrube gelöst. Nein, deswegen sage ich ja, diese großen Rohre wären nur erklärt, wenn da halt wirklich 1300 Leute ständig die Klos entleeren würden. Mann, oh Mann, ey. Und immer nur gleichzeitig. Jetzt gibt es noch ein Event auf Hogwarts, das eine ganze Fülle von Todesarten bietet, das ich echt krass finde, wenn ich drüber nachdenke, das Trimagische Turnier, das wir im Feuerkelch sehen. Das ist ein großes Turnier mit diversen tödlichen Sportarten. Was sehen wir da? Wir sehen zum Beispiel einen Kampf gegen einen Drachen, auf den Jugendliche losgelassen werden. Der halt auch Feuer, konnte der Feuer spucken? Ja. Ja, und du weißt doch am Anfang nicht, welchen Drachen du kriegst. Also du musst, es war ja dann irgendwie so random, du konntest dann so eine Mini-Version von dem Drachen ziehen aus einem Beutel. Ah, wie schön, jetzt kriegst du den. Ja, stimmt. Und Harry zieht dann auch noch den bulgarischen Hornschwanz oder so, ne? Der zieht keiner den Blindtauben Niederländer oder so was raus. Ja. Der Blindtauben Niederländer. Der schlimmste Drache von allen. Der sabbert dich zu Tode. Der Garados von Hogwarts. Ja. Ja. Ja, dann gibt's diese Schnitzeljagd und Unterwasser, die ich mega gruselig fand und finde. Ja, die war ganz geil. Aber dieses, am krassesten ist ja die dritte, also ich fand das aber relativ harmlos. Man musste nur herausfinden, wie atme ich unter Wasser. Das war die eigentliche Quest. Dann waren halt ein paar nervige Kappas und so, aber scheiß drauf. Viel krasser ist ja dieses scheiß Labyrinth. So in den Filmen ist es ein Labyrinth, aber in den Büchern ist das Ding echt brutal, Alter. Also da stehen Sphinx so rum. Da sind diese, wie heißen die nochmal, knallrümpfige Kröter, die ja in den Filmen gar nicht drin vorkommen. Was stehen da um Sphinx? So skorpionartige Viecher, die explodieren können. In den Büchern ist es krasser, dieses Labyrinth. Also eine Sphinx kommt ja auch aus der griechischen Mythologie. Die stellt dir drei Fragen und wenn du die nicht beantworten kannst, oder eine Frage, und wenn du die nicht beantworten kannst, wirst du versteinert. Genau, so ist es da auch, ja. Alter. Dann sind da halt noch so Flüche, die versuchen, dich umzubringen. Da sind irgendwelche, wie gesagt, da sind Monster über Monster drin und die Leute versuchen sich darin auch noch gegenseitig umzubringen. Also das haben die leider ein bisschen Kacke verfilmt. Weil da ist es ja wirklich einfach nur, das ist wie ein Maislabyrinth und wer am schnellsten das hat gewonnen. Also in diesem Labyrinth wartet eine ganze Mannigfaltigkeit an möglichen Todesarten, die wir gar nicht abschätzen können. Ja. Die Hecke selbst greift übrigens auch an. Was? Wie das? Ja, die schlägt halt nach dir oder kommst du mit den Wurzeln raus und so. Ich glaube, Harry wird da mal von gegriffen. Das kommt aber, das kommt tatsächlich auch im Film vor. Da wird irgendwer von diesen Wurzeln so weggetragen. Ja, oder die Prügeleiche, da wird hier immer noch gar nicht gesprochen, ne? Die Kackel der Eiche, ja. Sie kriegt jede Minute einen neuen Namen. Die Prügeleiche, die Peitschende Weide, die Knüppelbürke, ist auch egal. Der Baum da, der dich aufmischt. Ja, stimmt. Nee, aber die Peitschende Weide, das habe ich beim zweiten Film war schon, weil das die, oh mein Gott, wir sind in den Ästen der Peitschenden Weide gelandet und die legt da los mit ihren dicken Armen und haut die fast zum Reise. Wo peitschen die, Alter? Die ist ja voll der Bulli, ey, die matscht ja. Aber die hat einen Sinn. Weil? Was hatten die für einen Sinn? Die versteckt den Weg, also die ist gepflanzt worden, als Lupin auf die Schule kam. Und Lupin ist ein Werwolf. Und den haben sie immer bei Vollmund über einen Geheimgang in dieses komische Gruselhaus da gebracht, in Hogsmeade, wo er sich dann austoben konnte, weil es damals auch keine Tränke gegen Werwolf sein gab. Und dann haben sie halt die Peitschende Weide da hingepflanzt, um eventuelle Eindringlinge von diesem Eingang fernzuhalten, damit die nicht durch einen Gang gehen und darauf noch was viel Schlimmeres treffen, nämlich einen wütenden Werwolf. Also die ist eigentlich zum Beschützen da. Aber die steht dann immer noch da und verprügelt Schüler und Lupin ist schon längst nicht mehr da. Was ich an diesem Triemagischen Turnier so krass finde, es gibt ein Preisgeld von 1000 Galleonen. Anscheinend hat sich JK dazu geäußert und sie meinte, dass es ungefähr das Äquivalent von 5000 britischen Pfund und laut aktuellem Kurs sind das 5,4 tausend Euro. Würde ich mich locker für oben bringen lassen. Kriegt das ein Kind oder kriegt das die Schule? Wird das dann investiert quasi in eine neue Projektorleinwand oder so? Dankeschön, dass du dein Leben riskiert hast. Jetzt kommt uns endlich ein Projektor. Was machen wir mit der Galleone? Jetzt gibt es Butterbier fürs Haus. So einen Basketballkorb gibt es dann. Das hat sich total gelohnt. So ein magischer Basketballkorb, an dem jeder danken kann, weißt du so, weil das ist so ein Turnier, da gibt es doch keine ersten Plätze, kriegt jeder eine Urkunde für gute Leistung. Ich finde, das ist nicht viel Geld für diese Gefahr, der du dich da aussetzt, Mann. Nee. Aber es geht doch um den Ruhm, dass du deine Schule vertreten hast. Ja. Und so. Dafür lässt man sich auch gerne umbringen. Wer möchte nicht für seine Schule sterben? Ja. Cedric auf jeden Fall. Der hat da bestimmt eine Menge von. Der hat als Belohnung einen Stein mit seinem Namen drauf bekommen, Tobi. Immerhin. Und eine Gefahr habe ich hier noch auf meiner Liste, die ich sehr interessant finde, an die viele vielleicht im ersten Moment nicht denken. Wenn du nach Hogwarts auf die Schule gehst, geht eine Riesengefahr aus von dem Protagonisten, Harry selbst. Denn der gefährlichste Zauberer der Welt, Voldemort, sucht nach ihm. Aktiv und mit allen Mitteln. Es ist eigentlich unverantwortlich, dass man Harry ganz normal auf diese Schule gehen lässt. Das stimmt. Zumal, damit er das ja auch weiß. Ja, so kann man dann als Todesursache befreundet sein mit Harry draufschreiben. Oder einfach nur Harry kennen. Mal von ihm gehört haben. das reicht schon. Allein in seiner Nähe zu sein. Leute, habt ihr noch Ideen für Todesarten in Hogwarts? Ich bin tatsächlich durch mit meiner Liste. Du kannst direkt noch, bevor die Schule angefangen hat, sterben. Wenn du überhaupt versuchst, in den Hogwarts-Express zu steigen, musst du ja erst mal durch so eine Wand am Gleis 9,75 laufen. Was, wenn du die falsche Uhrzeit erwischst oder sowas? Dann bist du da vollgepackt und rennst halt so richtig volle Karacho gegen die Wand. Ah, war die falsche. Ja, und du rennst gegen 8,75 oder so. Ja, da passt das, das wäre nicht gelesen. Kaddi hat ja recht, was ist, wenn du die falsche Uhrzeit erwischst und genau in dem Moment wird dieses Portallicht gemacht, dann hängst du so in der Zwischenwelt, dein Körper hängt noch in London und der Rest guckt aus der Wand aber so raus am Gleis 9,75 oder so. Alter, Stimmscheiß. Tötet mich. Das ist ganz übel. Ja. Hogwarts ist eigentlich echt wirklich ein ziemlich, ein ziemlich sicker Place, so ey. Du kannst dich da halt eigentlich gar nicht ... Sicker Place. Ja, du kannst dich da voll nicht frei bewegen, das ist doch echt scheiße eigentlich. Ich meine, klar, wenn Harry alleine auch schon die größte Bedrohung dann da halt irgendwie ist, ich meine, da wird von allen gefeiert und so, aber was ist, wenn, ich meine, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Was ist, wenn dein Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste wie der Lehrer aus dem zweiten Jahr, der ja hier den Leuten ... Gilderay Lockhart. Lockhart, genau, der den Leuten ja halt irgendwie halt auch das Hirn zum Mus verarbeitet hat, damit er dann sich mit deren Ruhm schmücken kann, psychisch etwas labil zu sein. Was ist, wenn der mal so ein, ich sag's mal ganz ehrlich, so ein Arschlochschüler wie mich dann da sitzen hat, halt irgendwie, was ist, wenn der snappt und mir einfach beide Augen wegzaubert oder sowas, dann das kann ja auch übel sein. Alter, was ... Tod durch Lehrer. Ja. Wenn Snape so richtig angepisst von dir ist und dich erstmal in so einem gekorkten Toten düppt. Dann muss er nicht loszuwerden. Mit dein ganzer Kopf wie von Feuerameisen so einfach so weggefressen ist. Ja, genau, genau. Ja, kann doch sein. Oder dass die, Mann, wie heißt denn diese Quillen? Quidditch-Tante nochmal, die mit den coolen gelben Augen. Madame Hutsch. Hutsch, genau. Hutsch. Wenn die dich vom Besen kickt, weil du scheiße bist in dem Game. Das ist aber so, überhaupt Besen fliegen ist ja schon super gefährlich. Die haben ja nicht mal irgendwie einen Schutz am Kopf oder du bist irgendwie nicht mal mit dem Seil oder sowas irgendwo festgebunden und bist so ein kleines Kind. So, jetzt fahr mal los. Bist 30 Kilometer weit oben in der Luft und stürzt dann runter und bist tot. über dem verbotenen Wald und wirst da von den Einhörnern naja, weggespieße. Weggespieße. Weggespieße, genau. Da geht selbst mal der Hutsch nicht hinterher. Das ist aber so ein bisschen wie in der fünften Klasse, weil die kommen ja mit Elftal auf die Schule. Wenn man elf ist, ist man so in der fünften Klasse ungefähr. Vierte, fünfte Klasse so in dem Dreh. Das ist so wie, als würdest du hier in Deutschland auf eine Schule kommen und hast plötzlich Go-Kart-Training ohne Helm. Der Ferrari-Training oder Jet-Ski ohne Wasser. Also neben den Haupt- und Wahlfächern gibt es auch noch, das finde ich fantastisch, sogenannte Kurse zur magischen Verkehrstechnik. Erstklässler bekommen eine Besenflugstunde, was absolut einleuchtend ist. und Sechstklässler können, wenn sie möchten, an einem Apparierkurs teilnehmen. Der übrigens saugefährlich ist. Warum? Weil man zersplintern kann. Das heißt, wenn du Mist baust beim Apparieren oder Disapparieren, kann das sein, dass du dich zerfetzt. Fuck, Alter. Also das passiert Ron tatsächlich auch im siebten Teil, aber nur ein bisschen. Da lässt er ein Stück Arm im Zaubereiministerium. Fuck, ey. Kannst du auch wie bei Star Trek dann im Transporter-Puffer hängen bleiben? Das geht zum Glück wahrscheinlich nicht. Naja, im Prinzip, also das nicht, aber das kann halt nur Teile von dir gebeamt werden. Also das ist ja eben dieses Zersplintern, sodass dann halt, weißt du, so drei Finger, ein paar Augen und deine Zunge liegt halt in London und der Rest liegt noch in Berlin. Töte mich! Oh, scheiße, ey. Ja. Also da verwahren die und deswegen gibt es halt diesen Führerschein, wenn du so willst. Damit dir eben genau das nicht passiert. Also, liebe Leute, ich bin bei 31 Todesarten angekommen. Ja? Und wir kratzen wahrscheinlich nur in der Oberfläche. Da gibt es so Tausende höchstwahrscheinlich. Das sind nur die Dinge, die wir im Film gesehen haben. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber Hogwarts wird doch generell halt auch nicht gerade so als Lehrinstitut gezeigt. Es zeigt immer nur, man sieht immer nur, dass Leute das aber total toll finden und Hogwarts, die große Zauberschule, oh, ein Dumbledore, der, die, oder, wenn du unter dem quasi dein, dein Abitur da gemacht hast, dann bist du super gut ausgerüstet für die Welt. Aber eigentlich ist das, man sieht die Leute wirklich eigentlich nie, dass das wirklich eine gute Lehranstalt ist. Ja, das ist aber, das ist allerdings tatsächlich den Film geschuldet. Also, in den Büchern geht es sehr, sehr viel um Lernen, um Rumsitzen und Unterricht und hier und da. Also, das kommt in den Büchern tatsächlich schon sehr viel vor. Also, gefühlt, also auch diese ganzen Abenteuer, die besprechen, die grundsätzlich beim Hausaufgaben machen. Beim Film ist es dann irgendwie immer so, die laufen dann gerade zum nächsten Abenteuer und besprechen das währenddessen, um halt so ein bisschen Zeit gut zu machen. Im Film hängen die den ganzen, im Buch hängen die den ganzen Tag in der Bibliothek rum oder im großen Saal und machen Hausaufgaben und besprechen, besprechen dabei ihre Probleme. Ich sehe die immer nur gefühlt sau oft futtern. Ja, das ist allerdings wahr. Die sind nur, es gibt ja auch dreimal am Tag richtig krass Buffet. Ich frage mich. Das wäre ein Grund, warum ich gerne nach Hogwarts gehen würde, auch als Schüler, weil du halt so richtig so, immer das schönste Essen hast. Das ist, Alter, das ist eine weitere, das ist eine weitere Todesart, Adipositas, Herz-Kreislauf zu versagen. So, wenn du jeden Tag dreimal so ein, so ein Big King XXL Maxi-Menü dir einbaust, das geht nicht lange gut. Ohne Scheiß, ich würde nicht über die sechste Klasse hinauskommen. Genau, stimmt. Dafür ist die Treppe da, ganz genau. Und du musst dich halt auch fit halten, weil deswegen hast du halt auch mehrere Stunden Sport- oder Quidditch-Training dann da halt irgendwie. Du nimmst jeden Tag 3000 Kalorien zu dir, die musst du irgendwie wieder loswerden. Ja, ganz genau. Ja, Mann. Mega gut eigentlich. Na klar, dann fressen die immer noch diese Bohnen, die nach Rotze schmecken. Wie heißen sie nochmal? Berti-Botts-Bohnen Ja, Berti-Botts-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Du meinst einfach nur die englische Menükarte in allen Geschmacksrichtungen? Ja. Das war füß. Die englische Küche immer nach den Schwachen treten. Ich mag die englische Küche ehrlich gesagt ganz gerne, aber ich finde die Witze immer so geil, weil ich esse es ganz gerne, muss ich sagen. Ich finde es immer so witzig, wenn da immer so steht, so, ja, wir sind Engländer, wir fallen in Indien ein Wegen der Gewürze, um dann keine davon jemals zu benutzen. Ich möchte übrigens, da wir ja heute schon bei Todesarten Listen sind, möchte ich nochmal eine Liste anführen, die wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Richard, du hast es heute geschafft, folgende Leute zu beleidigen. Demente, Blinde, Holländer, Engländer, Inder. Fantastisch. Also du hast heute einen richtig guten Lauf. So, jetzt lese ich euch zum Schluss nochmal die Todesarten, die wir aufgestellt haben durch. Ich bin jetzt bei 32. Achtung. Gehen, fallen, zerquetschen, verhungern, gefressen werden, aufspießen, vom magischen Auto überfahren werden, Dehydrierung durch Kotzpillen, Sektum Sempra, erschreckt werden, Geistermobbing, ersticken in Kot, aufschlitzen, anknapsen, einspinnen, diskriminiert werden, Seelentod, Lungenentzündung, verbrennen, ertrinken, versteinern, verflucht werden, falscher Zaubertrank, totgeschlagen durch Pflanze, vom Wehrwolf zerrissen, in der Nähe von Harry sein, Schädel-Hirntrauma am Gleis 8 3 Viertel, Augen wegzaubern, Tod durch Lehrer, zersplintern, sich totfressen und zum Schluss natürlich Besenunfall. Warum klingt deine Liste eigentlich wie so ein Beatniks-Gedicht, was ich heute erlebt habe? Gehen, fallen, essen, so was. Wie so ein Poetry-Slammer aus den 2010ern. Aber vielleicht jetzt mal so ein bisschen als Fazit dieser Show. Kaddi, hast du eine Vermutung, eine wilde Vermutung, wie man es als Schüler denn schaffen könnte, diese Ausbildung zu überleben? Oh Gott. Einfach mit verdammt viel Glück. Oder Dumbledore ist so imbar und hat dann einfach alles unter Kontrolle und macht dann nur die Illusion, dass alles super gefährlich ist, aber die ganze Zeit musst du auf die Kinder aufpassen und ja, Dumbledore richtet das schon. Deswegen, solange Dumbledore da ist, passiert einem nichts. Dumbledore regelt. Genau. Es sei denn, du bist aus Hufflepuff und Cedric Diggory. Ich glaube, die beste Überlebenstaktik ist einfach konservativ sein in der Form, dass du den ganzen Tag nur in der Stube hockst. An keinen Aktivität teilnehmen. Du musst einfach richtig langweilig sein. Du darfst keine Abenteuer mitmachen. Auf gar keinen Fall mit Harry Potter befreundet sein. Mach einfach deine Hausaufgaben. Ja, ey, ohne Scheiß, sei ein Hufflepuff. Niemand kennt einen Hufflepuff und den einzigen Hufflepuff, den wir kennen, ist der, der mal aus dem Keller rausgegangen ist und der ist draufgegangen. Ja. Es ist halt aber wirklich so, ich glaube halt wirklich, dass das Überlebenshaus sind die Hufflepuffs. A, interessiert sich keiner für die. B, sind die wahrscheinlich zu dick, um zaubern zu gehen. Die sind in keinen großen Sportteams halt irgendwie gefühlt. Und du hast halt auch wirklich, ich meine noch ganz ehrlich, wenn du halt auch schon von so einem Rohhypnol-Zaubertrank da halt geassraped werden kannst. Oh Gott, ey, bitte. Ja, pass auf, das Ding ist halt, selbst wenn du dann auch keine sozialen Kontakte pflegst, hast du auch das Glück, dass das wahrscheinlich nicht an dir ausprobiert wird. Einfach auf der Stube bleiben. Tobi, das fand ich fantastisch. Überlebenstipp 1, sein Hufflepuff. Ja. Erlebt keine Abenteuer, bleib zu Hause. Das ist ja gerade irgendwie so wie die Anleitung zur Corona-Krise, oder? Bleib einfach zu Hause. Seit Hufflepuffs. Seit Hufflepuff. Seit wie Hufflepuff, bleib zu Hause. Ja, finde ich super. Und verkriecht euch in der Küche, ja. Super geil. Was anderes habe ich im Lockdown auch nicht gemacht. So überlebt man Hogwarts. Also sei ein Hufflepuff, verkriech dich in der Küche. Ja, und mit dem Gehen, ach, apparier dich einfach irgendwo. Lern richtig zu apparieren. Dann brauchst du nämlich auf die Treppen nicht gehen. Todesart 29. Todfressen ist dadurch nicht ausgeschlossen. Aber die meisten anderen schon. Da stirbst du zumindest glücklich. Ja, das stimmt. Machst noch ein Hühnerbeinchen im Mund. Schmeckt so lecker. Ja. Ja, so ein Max- und Moritz-Tod. Einfach in Brot gebacken werden, aus Versehen durch Gier. Mh, Brot. Kaddi, es war... Akzeptiere meinen Tod. Es war... Das ist doch... Das ist doch ein schönes Schlusswort. Kaddi, es war uns wirklich ein Fest und ein besonderer Kack-und-Sach-Moment, dass du bei uns warst. Mega geil. Ja. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Ich bin gespannt, das am Ende anzuhören. Danke. Danke. Wir haben viel gelernt in der Form, was man nicht machen sollte. Ja. Ja. Ja, großartig. Prinzipiell, wie liegt auf diese Schule? Also eigentlich, wenn der Brief von den Tauben dir rübergesimst wird, einfach die Nachrichten, einfach ghosten. Ghost to Hogwarts einfach. Ghost. Wir haben heute gelernt, die einzig gute Figur in Harry Potter war Petunia Dursley. Richtig. Weil sie das verhindern wollte. Petunia for the win. Yes. Kaddi, weil ich nicht nur vermute, sondern weil ich weiß, dass wir auch in unserer Hörer-Community viele Fans von dir haben. Was machst du denn so in nächster Zeit? So was steht denn bei dir an? Kannst du da irgendwas verraten? Es wird weitergehen wie bisher. Ich mache meine Animation weiter. Ich mache den Podcast fleißig weiter. Wer weiß, vielleicht mache ich noch irgendwelche anderen Podcasts, die nichts mit Harry Potter zu tun haben. Und ich habe was mit einem Kumpel geplant, weil man hat ja irgendwie, man fängt immer Podcasts mit Kumpels an und hat dann irgendwie fünf verschiedene am Start, aber nichts wird. Vielleicht mache ich auch mal wieder was mit Games. Dass ich meinen alten Games-Kanal wieder auflebe. Ja, aber wie gesagt, es geht weiter wie bisher. Da sind noch einige Videos auf Tasche. Sehr schön. Lass uns mal wissen, wenn du in Hamburg bist. Okay. Dann gehen wir ein paar Kotzpillen fressen. Naja. Ja, ich gucke euch dann zu. Na gut, liebe Leute. Oder was, wann wer muss. Hören könnt ihr, liebe Hörer, uns, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App, die es in und um Hogsmeade so gibt. Folgt uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter und YouTube. Merkt euch unsere Apparieradresse. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Da könnt ihr uns auch Hörermails schreiben übers Kontaktformular. Tickets für unsere Live-Shows gibt es bei eventim.de. Hört gerne auch mal in unser aktuelles Podcast-Nebenprojekt rein. Der Podcast heißt Handvergnügen. Da sprechen wir nur übers Wichsen, übers Runterholen. Ja. Cardi, wie sieht es bei dir aus? Sex-Podcast geplant? Nee. Kein Sex-Podcast, der Harry Potter heißt oder so? Müsste es eigentlich geben. Fantastisch. Aber ich würde ihn dann wahrscheinlich nicht hören. Dein eigenes. Ich nehme ihn zwar auf, aber ich höre ihn danach nicht mehr. So, zum Schluss vielleicht eine schlüpfrige Frage, Cardi. Guckst du dir so schlüpfrige Harry-Potter-Fan-Fiction an? Viele machen das ja. Nee, gar nicht. Also ich finde es auch richtig scheiße. Und alle Leute, die sowas machen, die sind ja wohl krank im Kopf. Ah ja, alles klar. Alles klar. Cardi, die große geheime Autoren hinter Fifty Shades of Ron. Na gut, ja, das war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Passt auf beim Schulweg. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hier im Podcast. Tobi, Richard, Fred und unser Stargast heute, die Cardi Coldmirror, sagen Tschüss. 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 Tschüss.